Hallo und herzlich willkommen in der Liebubble. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Heute ist Muttertag. Ich muss zugeben, mich selber war ziemlich faul und habe es mir einfach mal ein bisschen gut gehen lassen. Und ich hoffe, allen lieben Müttern da draußen ging es ganz genauso. Es gibt heute eine richtig schöne Sammlung mit lauter tiefsinnigen Märchen und Geschichten. Und ich freue mich schon auf die Kommentare darüber, wie sie dir gefallen. Mach's dir bequem, lehn dich zurück, lass den Abend schön ausklingen und ich wünsche dir wie immer viel Spaß. Das Heinzelmännchen von Törebi Ich weiß noch, wie ich als Kind einmal an einem alten Hof vorbeifuhr, von dem man wusste, dass es da ein Heinzelmännchen gab. Dieser Hof lag sehr einsam und unschön an einem flachen Seeufer. Es war kein Garten um das hohe, weiße Wohnhaus, nur ein paar verkrümmte Bäume standen da. Es war der reizloseste Ort, den ich je gesehen hatte. Aber es schien, ein reicher Hof zu sein. Die Wirtschaftsgebäude waren wohl gebaut und von großem Zuschnitt, und auf den Feldern stand die Saat so üppig, dass ich mich noch heute dessen entsinne. Das Merkwürdigste war, die Ordnung zu sehen, die überall herrschte. Ich erinnere mich, dass wir ganz langsam vorbeifuhren, um zu sehen, wie gut die Gräben gezogen waren, wie schnurgerade die Wege liefen und wie fest die Brücken gebaut waren. Wir betrachteten die niedlichen, bemalten Boote, die sich am Strande schaukelten, und eine unermesslich lange Waschbrücke, die gerade hinauslief in den See. Wahrscheinlich will das Heinzelmännchen, dass sie ihre Wäsche in richtig tiefem Wasser spülen, nicht in dem seichten Strandwasser, sagten wir. Denn niemand zweifelte daran, dass alles auf diesem Hofe des Heinzelmännchens wegen so war, und dass die Leute, die dort wohnten, an es glaubten. Aus Angst vor dem Heinzelmännchen durfte kein Strohhalm, kein Spahn auf dem Hofplatz herumliegen. Darum war der Viehstall geputzt wie eine gute Stube, und die Felder waren wie Gartenbeete. Dieses Heinzelmännchen hat es zu allen Zeiten auf dem Hofe gegeben, und aus alten Zeiten erzählte man sich Geschichten von ihm. Hier will ich eine berichten, die sich vor etwa zweihundert Jahren zugetragen haben mag. Es war in einer dunklen Herbstnacht. Der Regen goss über die grauen Klotzwände, denn damals war der Herrenhof weder bretterverkleidet noch getüncht, und der Sturm peitschte alle Zweige des hohen Holzapfelbaums, der am Giebel stand, gegen den Dachfürst. Mitten im ärgsten Unwetter kam eine Eule geflogen. Sie hatte ihr Nest oben im Dachstuhl auf einem der großen Böden und pflegte durch ein kleines Loch, dicht unter der Dachrinne, dort hineinzufliegen. Aber bevor sie noch die Luke finden konnte, packte sie der Wind, blähte ihr dichtes Federkleid auf, so dass sie wie ein runder Ball aussah, und schleuderte sie ein paar Mal gegen die Wand. Da gab der Vogel jeden weiteren Versuch auf, hereinzukommen. Anstattdessen setzte er sich auf den Holzapfelbaum und schrie die ganze Nacht hindurch. Drinnen im Hause war es ganz stumm und still, aber aus dem Lichtschein, der durch die Spalten der Fensterläden rieselte, merkte man, dass die Hausbewohner noch nicht zu Bett gegangen waren. Hin und wieder hörte man Lärm und lautes Lachen, war es ganz stumm, aber gleich darauf wurde es wieder totenstill. Gegen elf Uhr nachts kam die alte Haushälterin des Gutshof in den Flur hinaus. Sie war völlig angekleidet und trug ihre schweren Schlüssel an der Seite, von denen sie sich weder Tag noch Nacht trennen konnte. Die schwere Türe war mit vier verschiedenen Schlössern versperrt, und es dauerte geraume Zeit, bis die alte Frau sie öffnen konnte. Sobald sie sie einen Spalt weit aufgebracht hatte, war der Wind schon zur Stelle. Schwang sie sperrangelweit auf, warf der Haushälterin einen ganzen Regenschauer ins Gesicht und wirbelte unter den Stromatten des Hausflurs herum, so dass sie sich krümmten wie die Schlang. Die alte Frau schloss die Tür hinter sich zu und wanderte in die Nacht hinaus. Sie ging sehr rasch, wie von einer großen Angst gejagt, und murmelte unaufhörlich, »Der Herr bewahre uns!« »Der Herr bewahre uns!« Sie leuchtete sich mit einer Hornlaterne. Aber sie war so ganz davon eingenommen, an das zu denken, was sie erschreckte und ängstigte, dass sie sich das Licht gar nicht zu mutzen machte, sondern in Wasserpfützen hineintrat, die sie leicht hätte vermeiden können. Einmal ums andere kam sie in der Verwirrung von dem ausgetretenen Pfad ab, beriet auf den Graswall hinauf und blieb an einer Dornhecke hängen, die er ein Stück aus dem Kleide riss. Aber all dies schien sie gar nicht zu merken. Sie setzte ihre Wanderung unverdrossen fort, indem sie ihr »Der Herr bewahre uns!« »Ach, der Herr bewahre uns!« murmelte. Endlich kam sie zu dem Stallgebäude. Sie stieg die Bodentreppe hinauf, die klein und schmal war, und sich an der Außenseite des Hauses entlang schlängelte. Und sie blieb vor dem Türchen zum Heuboden stehen. Hinter dem Türchen schimmerte ein Lichtschein, und als die Haushälterin sich vorbeugte, konnte sie in ein kleines Stübchen sehen, dessen Wände mit Pferdegeschirr, Zügeln, Sätteln und Riemen behangen waren. Eigentlich war es gar keine Stube, sondern nur eine Abteilung des Heubodens. Das Heu quoll durch die undichten Bretterwände herein, und mitten auf dem Boden war eine große Klappe, durch die man in den Stall hinunterklettern konnte. Auf einem Bett in der Ecke der Kammer saß der alte Gutskutscher. Der leuchtete sich mit einem Kienspan und las in Gottes Wort. Er saß da, als hätte er nicht die Ruhe gehabt, sich bei diesem schweren Unwetter niederzulegen. Jeden Augenblick hob er den Kopf vom Buche und lauschte dem Sturm, dem Regen und dem Eulenschrei. Die Haushälterin pochte an, und der Kutscher kam und öffnete. Er begann sich sogleich zu entschuldigen, dass er bei offenem Licht dort auf dem Boden saß. Er schien zu glauben, dass sie eigens in die Nacht hinausgegangen war, um ihn zu ermahnen, achtsam mit dem Feuer zu sein. »Ich weiß schon, dass es gefährlich ist,« sagte er, »Aber ich meinte, es täte Not, dass jemand in dieser Nacht in Gottes Wort liest.« Die alte Frau gab darauf keine Antwort. Sie setzte sich auf eine Kiste, die voll Lederstücke und altem Eisen war. Ihr lag noch ein solcher Schrecken in den Gliedern, dass sie nicht bei voller Besinnung war. Die Hände zarten an der Schürze, und die Lippen regten sich zu einem unverständlichen Gemurmel. Der Kutscher saß da und sah sie an, bis der Schrecken, der auf ihr lastete, sich auch ihm mitteilte. Seine alten, matten Hände und seine zahnlosen Kinnladen begannen zu zittern. »Ist dir der Altvater begegnet?«, fragte er flüsternd. »Altvater, ja, das, das war das Einzelmännchen.« Man kannte ihn dort auf dem Hof unter keinem anderen Namen. »Nein«, sagte die Haushälterin, »und vor dem Altvater würde ich mich wohl auch nicht fürchten. Er will uns nur wohl.« »Dessen sollst du dir nicht so sicher sein«, sagte der Kutscher. »Er ist ein gar gestrenger Herr, und in letzter Zeit haben sich wohl alle Handdinger auf dem Hofe zugetragen, mit denen er nicht einverstanden war.« »Wenn er so streng wäre, wie du glaubst, wird er den Rittmeister wohl nicht zu hausen lassen, wie er es tut.« Der Kutscher suchte sie zu beschwichtigen. »Du darfst doch nicht vergessen, dass du vom Herrn sprichst.« »Ich kann darum doch nicht die Augen davor verschließen, dass er sich selbst und den Hof zugrunde richtet«, klagte sie. »Der Herr Rittmeister ist nun einmal der Herr im Hause. Wir sind nur seine armen Diener«, wiederholte der Kutscher mit wichtiger Stimme. Aber plötzlich schlug die Stimme um, und er fragte in äußerster Angst, »Hat er nun wieder eine neue Tollheit ausgewegt?« »Ich habe den ganzen Abend an der Speisesaaltür gestanden und gehört, wie er all sein Geld verspielt hat«, sagte die Haushälterin und wiegte sich mit dem Oberkörper hin und her, so wie sie dasaß. Als das Geld zu Ende ging, verspielte er Pferde und Kühe. Als es mit den Tieren zu Ende ging, begann er, um den Hof zu spielen. »Er setzt Karte um Karte, Wald um Wald, Weide um Weide, Acker um Acker und verliert alles miteinander.« Der Kutscher hatte sich, als er dies hörte, halb von seinem Platz erhoben, so als wollte er vorteilen und all dieses Unheil verhindern. Aber dann setzte er sich mit einem Gefühl der Ohnmacht wieder hin. »Der Rittmeister ist der Herr«, sagte er. »Er kann mit dem, was sein ist, tun, was er will. Aber ich verstehe nicht, dass der Altvater sich nicht ins Spiel mischt.« »Er hält sich ja immer hier im Stalle auf. Er weiß wohl nicht, was sich drinnen bei uns zuträgt«, sagte die alte Haushälterin. Lange blieb es auf dem Dachboden still. Endlich sagte der Kutscher, »Wer ist's denn, der heute Nacht mit ihm spielt?« »Es ist der Hauptmann Dove, er, der gewinnt, wie er nur die Würfel anrührt.« »Ach, der Kerl ist ebenso arm an Geld und Gut wie an Herz und Gemüt. Gut«, sagte der Kutscher nachdenklich. »Von ihm hat der Herr Rittmeister keine Barmherzigkeit zu erwarten.« »Bald gehört ihm ganz Törebi«, sagte die Haushälterin. Der Kutscher griff zur Bibel, wandte sich seitwärts, um ins rechte Licht zu kommen, und begann zu lesen. »Ich glaubte, ich müsste den Verstand verlieren, wie ich so dastand und ihnen zuhörte«, sagte die Haushälterin. »Ja, so unheimlich war es. Anfangs waren sie lustig, und unser gnädiger Herr lachte über alles, was er verspielte. Aber jetzt sind sie ganz still. Nur wenn unser Rittmeister einen neuen Acker verloren hat, dann flucht er, und der andere lacht.« Der alte Kutscher murmelte in sich hinein und las, aber er sprach keine Bibelworte aus. Über seine zitternden Lippen kam nichts anderes als dies. »Karte um Karte, Wald um Wald, Weide um Weide, Acker um Acker.« »Was hilft es, dass du dies liesest?« sagte die Haushälterin. »Wenn du ein ganzer Kerl wärst, so gingest du hinein und brächtest ihn im Guten oder Bösen dazu aufzuhören, bevor er noch den ganzen Hof verspielt hat.« »Ich habe lange genug in diesem Hause gedient, damit ich weiß, wie leicht es ist, einen Silferbrand dazu zu bringen, mit etwas aufzuhören, wenn er einmal im Zuge ist. Gerade so gut könnte ich versuchen, die Toten aufzuwecken.« »Ja, dies müsste auch genug sein, um seine Eltern aus dem Grabe zu wecken,« sagte die Haushälterin. »Der Kutscher schlug das Buch zu.« »Das ist das Schlimmste an der ganzen Sache, dass er nicht einsieht, dass es nicht angeht, auf diesem Hof ein solches Leben zu führen. Ich weiß noch, wie oft ich zu seinem seligen Vater sagte, »Gebt Törebi nicht Herrn Hendrik,« sagte ich. »Er kann nie ein Herr nach Altvaters Sinn werden. Gebt es seinem Bruder, der ist gesetzt und ernst, und lasst Herrn Hendrik einen Hof, der keine solche Verantwortung auferlegt.« »Ja, jetzt fällt Törebi weder an Herrn Hendrik noch an Herrn August. Jetzt kommt es an diesen Hauptmann Duwe, bis er es wieder an einen anderen verspielt.« Der Kutscher erhob sich entschlossen. Er knöpfte seine Jacke zu und nahm seinen Kienspann aus dem Halter. Man sah deutlich, dass es seine Absicht war, zu gehen und zu versuchen, mit seinem Herrn zu sprechen. Als er den Kienspann hob, hielt er ihn so, dass ein Lichtschein auf die viereckige Öffnung im Boden fiel, durch die er in den Saal hinunter zu klettern pflegte. Und nun sahen beide, der Kutscher wie die Haushälterin, dass auf der Leiter, die durch das Loch hervorragte, ein Heinzelmännchen stand. Es stand auf der obersten Staffel, klein und grau war es, und trug Kniehosen und eine graue Jacke mit Silberknöpfen. Es lauschte mit solcher Bestürzung und Verblüffung, dass es aussah, als sei es völlig versteinert. Kutscher und Haushälterin wandten sofort den Blick ab. Keines von ihnen verriet auch nur durch eine Miene, dass sie das Heinzelmännchen gesehen hatten. »Ja, nun, glaube ich, ist's das Beste, wenn wir alten Leute gehen und uns niederlegen«, sagte der Kutscher in einem Ton, den er unbefangen zu machen suchte. »Du weißt, in diesem Rufe braucht man nachts nicht aufzubleiben, auch wenn ein Unglück zu erwarten wäre. Hier ist jemand, der wacht.« »Ja, du hast recht, hier ist einer, der wacht«, sagte die Haushälterin unterwürfig. Ohne ein weiteres Wort nahm sie die Laterne vom Boden auf, koch durch die Luke hinaus und verschwand über die Bodentreppe. Als die alte Frau ins Haus zurückkam, war es ihre bestimmte Absicht, sich ungesäumt zur Ruhe zu legen. Denn einerseits wusste sie, dass unnötiges Nachtwachen dasjenige war, was das Heinzelmännchen am wenigsten leiden mochte, und andererseits glaubte sie, dass es die Sache ohnehin in Ordnung bringen würde, nun es wusste, was auf dem Spiele stand. Aber sie hatte noch kaum mehr von sich gelegt als den schweren Schlüsselbund, da überkam sie eine so starke Lust zu erfahren, wie es nun zwischen den Spielenden stand, dass sie sich wieder zur Speisesaaltüre schlich. Als sie sich bückte und das Auge an das Schlüsselloch legte, sah sie, dass Rittmeister Silberbrand und Hauptmann Dove noch am Spieltisch saßen. Der Rittmeister sah furchtbar müde und matt aus. Der Haushälterin wollte es scheinen, als hätte er sich in der kurzen Spanne Zeit, die sie fortgewesen war, völlig verändert. Er war nunmehr weder schön, noch jung, noch stattlich, sondern gebleicht und verstört, mit Säcken unter den Augen, Runzeln auf der Stirn und tastenden Händen. Dove war rot im Gesicht, und die Augen standen ihm blutunterlaufen aus dem Kopfe. Aber er verbarg alle Erregung unter frohgelandem Plaudern und unaufhörlichem Lachen. Die Haushälterin hatte noch keine zwei Minuten an der Speisesaal-Türe gelauscht, als Silberbrand den Stuhl zurückschob und rief, »Jetzt ist es aus, Dove. Jetzt hab ich vom ganzen Hof nur mehr die Tanneninsel dort draußen im See übrig. Die musst du mir lassen, damit es noch etwas auf Erden gibt, was ich mein nennen kann.« Dove lachte, aber er sah nicht zufrieden drein. »Ewig schade, das Spiel abzubrechen«, sagte er. »Wenn du all das andere gewagt hast, kannst du uns wohl auch um diesen Steinhaufen würfeln lassen.« Silberbrand ging im Zimmer auf und ab. Man sah es ihm wohl an, dass er noch vom Spielteufel besessen war. Er trauerte nicht so sehr, dass er alles verloren hatte, wie dass er nicht weiterspielen konnte. »Was setzest du gegen die Insel?« fragte er. Dove bedachte sich einen Augenblick. Die Haushälterin begriff, dass er einen Einsatz ausfindig zu machen suchte, der Silberbrand sicher bewegen konnte, weiterzuspielen. »Ich setze dein Reitpferd«, sagte Dove. Silberbrand liebte sein Reitpferd über alles auf Erden. Er begann ganz schrecklich zu fluchen. Er fragte Dove, ob er denn der leibhaftige Böse wäre, dass er ihn solchermaßen versuchte. Die Haushälterin merkte, dass der Rittmeister jedes Mal, wenn er auf seiner Wanderung zu einer dunklen Ecke des Zimmers kam, wo Dove ihn nicht sehen konnte, vor Zorn die Hände ballte. »Das Ärgste ist, dass ich weiß, dass ich dich erschlagen werde, wenn ich dich auf meinem Pferd reiten und auf meinem Hof befehlen sehen werde«, sagte er zu Dove. »Ja, kannst du es einem armen Kerl nicht gönnen, wenn er es auf seine alten Tage ein bisschen Sorgen frei hat?« sagte Dove und lachte. »Du bist ja jung und stark. Du findest schon bald anderswo Pferd und Hof.« Die ganze Zeit, die die Haushälterin dastand, hatte sie sich gewundert, was wohl mit der Türe los sein mochte, die vom Saal in den Flur führte. Einmal ums andere öffnete sie sich ein wenig und schloss sich wieder. Aber jedes Mal, wenn Silberbrand an dieser Tür vorbeiging, war es, als ob sich eine kleine Hand durch den Spalt hineinsteckte und ihm zuwinkte. Silberbrand ging mehrere Male an der Türe vorbei, ohne etwas zu merken. Aber plötzlich blieb er stehen und starrte sie an. »Na, kommst du jetzt?« fragte Dove. »Ich bin im Augenblick wieder da«, sagte Silberbrand und ging in den Flur hinaus. Die Haushälterin glitt stumm wie ein Schatten von der Speisesaaltüre fort. Eine Sekunde darauf stand sie in der Vorratskammer, das Gesicht an ein Fensterchen gedrückt, das auf den Flur ging. Da stand Silberbrand über das Heinzelmännchen gebeugt. Altvater hielt eine kleine Laterne in der Hand und von dort verbreitete sich ein wenig Licht in den dunklen Raum. »Was gibst du mir, wenn ich es so einrichte, dass du den Hof zurückgewinnst?« fragte der Hausgeist. »Ich gebe dir alles, was du willst«, sagte Silberbrand. Das Heinzelmännchen fuhr mit der Hand in die Tasche und zog ein paar Würfel heraus. »Wenn ich dir diese Würfel leie und du heute Nacht mit ihnen spielst, so glaube ich wohl, dass du den Hof zurückgewinnst«, sagte es zu Silberbrand. Silberbrand streckte die Hand aus. »Gebühr, Gebühr«, sagte er. »Du bekommst sie nur unter der Bedingung, dass du morgen mit mir meinen Einsatz spielst, den ich selbst bestimme«, sagte das Heinzelmännchen. Just in diesem Augenblick schrie die arme Eule laut und schaurig auf. Silberbrand sah auf, und lauschte. Die alte Haushälterin merkte, wie die Augen des Heinzelmännchens böse und gehässig zu funkeln begannen. Sie wollte schon die Scheibe einschlagen und ihrem Herrn zurufen, auf der Hut zu sein und kein Bündnis mit ihm einzugehen. Aber im selben Augenblick sah der Hausgeist mit einem furchtbaren Blick zu ihr auf. Sie blieb mäuschenstill und wagte, keinen Finger zu rühren. Aber auch Silberbrand schien etwas Schreckliches an dem Heinzelmännchen gesehen zu haben. Er zog die Hand zurück und schien im Begriffe, sich in den Saal zu begeben. Dann blieb er stehen. »Ich weiß nicht, warum ich dir etwas Böses zutrauen soll, Altvater. Du hast ja immer getreulich für dieses Haus gesorgt«, sagte er. »Du willst gewiss nur mein Bestes. So gib mir die Würfel her. Morgen mag es gehen, wie es will, wenn ich nur heute Nacht du ebenso arm machen kann, als er war, als er gestern in diesen Hausflur trat.« Und im Augenblick darauf war Silberbrand wieder im Saal. »Jetzt bleibe ich aber nicht länger hier sitzen und höre mir das Eulengeschrei und den Sturm an, ohne zu spielen«, brach Duwe los. »Ich gehe jetzt zu Betze.« »Willst du mir nicht zuerst die Tannenlinsel abgewinnen?« fragte Silberbrand, indem er sich am Spieltisch niederließ. Er nahm den kleinen Becher, in dem die Würfel lagen, und schüttelte sie. Dann spielten er und Duwe mehrere Stunden lang, aber Silberbrand gewann jedes Mal. Unterdessen hörte das Unwetter auf, die Eule fand den Weg in ihr Nest, die alte Haushälterin musste vor Müdigkeit ihr Lager aufsuchen, aber Silberbrand ging nicht zur Ruhe, ehe er nicht Acker um Acker, Weide um Weide, Wald um Wald und Karte um Karte zurückgewonnen hatte, sodass ganz Törebi wieder sein war. Ein prächtiger Morgen folgte der Unwetternacht. Hoher blauer Himmel, frische Luft und ein spiegelnder, klarer See. Die alte Haushälterin wurde zu ihrem Herrn hineingerufen, während dieser noch zu Bette lag. Als sie die Schlafkammertüre öffnete, dünkte es ihr, dass etwas Kleines und Graues an ihr vorbei huschte. Sie sah gerade nur so viel, dass sie zusammenzuckte. Dann war es verschwunden. Rittmeister Silberbrand lag sehr bleich drüben im Bette. »Hat sie ihn gesehen?«, fragte er. »Nein?«, sagte die Haushälterin aus alter Gewohnheit. Man glaubte, dass es dem Heinzelmännchen nicht recht war, wenn man sagte, dass man es gesehen hatte. »Es war der Altvater«, sagte der Rittmeister. »Er ging gerade, als sie hereinkam. Er war hier drinnen und hat mit mir gewürfelt.« Die Haushälterin stand da und starrte ihren Herrn an. »Altvater ist mit mir nicht recht zufrieden«, sagte der Rittmeister. »Er will lieber, dass mein Bruder den Hof bekommt, und sie wünscht es sich vielleicht auch.« Der Rittmeister sah ganz sonderbar aus. Die alte Frau wusste nicht, was sie antworten sollte. »Ja, den alten Duwe habe ich ja doch vom Hof weggebracht«, fuhr Silferbrand fort. »Ich wollte dem Altvater die Hilfe lohnen, indem ich es hier auf dem Hofe so werden ließ, wie er es haben will. Aber er hat kein rechtes Vertrauen zu mir. Er setzt so wunderliche Dinge im Spiel ein, dieser Kobold. Er ist ärger als Duwe.« Die Haushälterin begann zu zittern und zu murmeln, wie in der Nacht. »Der Herr bewahre uns.« »Na, stehe Sie nicht so da, Menschenskind, und mache Sie kein so bekümmertes Gesicht«, sagte Silferbrand. »Spute Sie sich lieber und putze Sie mir meine Uniform. Poliere Sie das Bandelier, schreue Sie die Knöpfe und putze Sie die Flecken aus. Das Reitpferd soll auch mit dem besten Zaumzeug gesattelt werden. Die Mähne muss gestrahlt sein, die Steigbügel müssen blinken und die Lederriemen glänzen.« Die Haushälterin sah ihren Herrn erstaunt an. Sie ging und kam sogleich mit der Uniform wieder. In einem solchen Hofe wie Törebie gab es nichts, das nicht geputzt und gestriegelt, poliert und wohlgepflegt gewesen wäre. So stand der Rittmeister Silferbrand auf, legte die blaue Uniform an, rückte den dreikantigen Hut auf dem Kopf zurecht, schnallte die Säbel an die Seite und zog die langen, steifen Stulphandschuhe an. Er trat auf die Schwelle und sprang auf sein Pferd, das gesattelt draußen wartete. Zweimal ritt er rings um den Hof. Dann schwankte er zum See hinab, wo die lange Waschbrücke, die gerade vom Ufer wegragt, schon dazu mal stand. Er sah so prächtig und stolz aus, wie er da ritt, dass alles Hausgesinde herauskam, um ihn anzusehen. Und der Kutscher und die Haushälterin sahen alle beide, wie das Heinzelmännchen sich zur Stallluke hinausbog und dem Gutsherren nachsah. Als der Rittmeister zum Seeufer hinabkam, ritt er auf die Brücke hinaus. Er saß hoch und stolz im Sattel wie ein Held und das Pferd ging mit kurzen, tanzenden Schritten. Als die Brücke zu Ende geritten war, entstand ein kurzer Kampf zwischen Reiter und Pferd. Das Pferd wollte wenden, aber Rittmeister Silferbrand zwang es, mit Reitpeitsche und Sporen weiterzugehen. Und mit einem hohen Sprung stürzte sich das Pferd ins Wasser. Alle, die auf dem Hofe gestanden hatten, fingen nun an, zum See hinabzulaufen. Aber als sie hinkamen, waren Reiter und Pferd verschwunden. Sie waren so gleich untergegangen, ohne wieder auf den Wasserspiegel hinaufzukommen. Die jungen Burschen sprangen in die Boote und ruderten auf den See hinaus. Alle sprachen durcheinander und suchten Rat und Hilfe zu bringen. Aber die alte Haushälterin blieb still. »Es nützt nichts«, sagte sie. »Das ist der Hausgeist.« »Er hat sein Leben an den Hausgeist verspielt, für die Hilfe, die er ihm heute Nacht gebracht hat.« Als die Menschen bestürzt und entsetzt zum Hofe zurückkehrten, stand das Heinzelmännchen von Törebi allen sichtbar in der Stallluke. Und es winkte siegesstolz mit seiner roten Mütze. Denn nun wusste es, dass Ordnung und Stille und ein ernstes Leben wieder auf Törebi einziehen würde. Stefan war noch zu klein, um viel helfen zu können. Aber eines Tages musste er doch seiner alten Großmutter beispringen, die ihn und sich sonst immer durch das Flechten von Stromappen für die Bauern ernährte. Denn sie lag mit einem verletzten Knie zu Bett und konnte weder gehen noch arbeiten. Darum beschloss Stefan, Haselnüsse zu pflücken und diese dann in der Stadt zu verkaufen. Er nahm einen Sack auf den Rücken und trabte in den Wald. Aber der Boden, auf dem die Haselnusssträucher wuchsen, war sehr steinig und struppig, so dass seine Füße ganz wund wurden. Als er endlich ein kleines graues Häuschen entdeckte, das er noch nie gesehen hatte, ging er hinein und fragte, ob er nicht ein paar alte Schuhe haben könnte. Psst, machte eine alte Frau, die in der Küche stand, und wusch. Wenn mein Mann aufwacht, dann geht es dir schlecht. Dann steckt er dich sofort in seinen Topf. Ja, Stefan war nämlich zu einem Zauberer gekommen, der gerne kleine Kinder aufaß, wenn er solche erwischen konnte. Doch glückte ihm dies nur selten, denn seine Frau war eine gute alte Hexe, die tat, was sie konnte, um die armen Kinder vor ihm zu warnen und zu retten. Den kleinen Jungen überlief ein Schauder, aber er konnte es trotzdem nicht unterlassen, sich ein bisschen umzusehen, denn er hätte gerne gewusst, wie ein Menschenfresser so aussieht. Und daher blickte er wirklich durch die offene Kellertür den abscheulichen Zauberer. Dort im Lehnstuhl saß er und schlief mit dunkelrotem Kopf und weit aufgerissenem riesengroßen Mund. Mach, dass du sofort wegkommst, schnell, flüsterte die alte Frau. Ein paar Schuhe aber sollst du haben. Sie stehen links neben dem Eingang und gehören mir. Ich schenke sie dir. Doch pass gut auf, damit du nicht die auf der rechten Seite nimmst, denn die gehören meinem Mann. Stefan bedankte sich bestens und sah sich dann nach den Schuhen um. Und wirklich, auf jeder Seite des Hauseingangs stand ein Paar. Rasch schlüpfte er in die auf der linken Seite und sie passten ihm ausgezeichnet. Wohl waren sie etwas plump, aber Stefan war doch glücklich, weil er nun nicht mehr mit den bloßen Füßen auf den Steinen herumtrotten musste. Und so kehrte er zu den Haselnusssträuchern zurück und pflückte seine Nüsse müheloser als vorher. Als er aber mitten im schönsten Flecken war, sah er eine alte Frau, die auf einem Baumstumpf saß und an einem Strumpf strickte. Ach, junger Herr, würdet ihr so freundlich sein und mir meinen Knäuel aufheben? rief die Alte. Er muss ganz weit unter die Streicher hineingerollt sein. Ich habe keine Zeit, erwiderte Stefan, denn er wollte ja möglichst viele Haselnüsse pflücken. Doch in dem Augenblick, wo er an der Alten vorbeilaufen wollte, blieben die Schuhe stehen und rührten sich nicht von der Stelle, ob er sich auch noch so sehr anstrengte. Da drehte er sich zufällig nach der Seite, wohin der Knäuel gerollt war und sofort konnte er die Schuhe vom Boden in die Höhe heben. Als er sich dann aber umwendete, wuchsen sie sofort wieder an. Ach, das sind wirklich sonderbare Schuhe, sagte er. Sie scheinen durchaus zu verlangen, dass ich den Knäuel hole. Ja, dann muss ich es wohl oder übel tun. Hierauf koche ins Gebüsch und fand den Knäuel, warf ihn der alten Frau hin und trabte weiter. Nach einem Weilchen begegnete er einem Hund, der mit einer aufgehobenen Vorderpfote daherhängte. Da bellte der Hund, und ich habe mir ein Dorn in den Fuß getreten. Möchtest du ihn mir nicht herausziehen? Ach, ich habe keine Zeit, bin ohnehin schon viel zu spät dran, antwortete Stefan und wollte an dem Hund vorbeilaufen. Doch siehe da, schon blieben die Schuhe wieder von selbst stehen und Stefan mochte daran ziehen und zerren so viel er wollte. Er brachte sie nicht vom Fleck. Offenbar sollte er auch dem Hund helfen. Also hob er dessen kranke Pfote in die Höhe und begann an dem Dorn herumzustochern. Aber durch seine Ungeschicklichkeit brach der Dorn ab und die Hälfte blieb in der Wunde stecken. Das ist freilich ärgerlich, dass ich ihn nicht ganz herausgebracht habe, aber jetzt kann ich mich nicht länger mit dir aufhalten, sagte Stefan zu dem Hund, riss die Schuhe, die sich noch ganz schwer anfühlten, vom Boden los und setzte seinen Weg fort. Indes schon nach kurzer Zeit wurde er wieder um seine Hilfe angegangen. Ein junger Rehbock war mit den Hörnern in einem Zaun hängen geblieben und wollte losgemacht werden. Und ehe der Junge ihn auf sein Bitten und Betteln noch eine Antwort geben konnte, blieben die Schuhe vor dem Bock stehen. Jetzt aber wurde Stefan wütend. Wie sollte er denn in der Stadt seine Haselnüsse verkaufen, wenn er unaufhörlich derartig aufgehalten wurde? Rasch musste die Sache wenigstens getan werden. Also gab er dem morschen Zaun einen kräftigen Stoß und dieser fiel mit einem lauten Krachen um. Und dabei brach das eine Horn des Bockes ab. Jetzt war das arme Tier befreit, aber Danke sagte es nicht, denn mit der Hilfe, die ihm zuteil geworden war, war es nicht weit her. An den Haselnusssträuchern aber gab es jetzt immer weniger Nüsse und die, die noch dran waren, hingen sehr weit oben. Stefan konnte sie unmöglich pflücken, da kam er auf den Gedanken, sich ein krumm Stecken abzuschneiden, um die Zweige damit herunterzubiegen. Aber als er nach seinem Messer in der Tasche griff, war es nicht mehr da. Zu Tode erschrocken starrte er vor sich hin seinen einzigen Schatz, sein liebesschönes Messer hatte er verloren. Da blieb ihm nichts anderes übrig, als umzukehren und das Messer zu suchen. Es war ihm sicher aus der Tasche gefallen, als er sich bückte und die Holzschuhe angezogen hatte. Nach einer halben Stunde langte er wieder bei dem Häuschen an und nachdem er sich davon überzeugt hatte, dass der Menschenfresser nicht in der Nähe war, schielte er zur Eingangstür hin. Links davon, wo die Schuhe gestanden hatten, musste das Messer liegen. Und wahrhaftig, da lag es noch. Beglückt steckte Stefan es in die Tasche. Aber plötzlich fiel sein Blick auf die Schuhe rechts von der Treppe. Sie sahen genauso aus, wie die, die er anhatte, und wenn er sie statt deren der alten Frau anzog, merkte diese den Tausch gewiss nicht sofort. Für ihn aber war es zweifellos von Nutzen, denn der Menschenfresser trug sicher bequemere Schuhe als die ewig stehenbleibenden, die seiner Frau gehörten. Schnell zog Stefan die Schuhe, die er anhatte, aus und schlüpfte in die anderen. Auch sie passten so gut, als wenn sie ihm angemessen worden wären. Und im nächsten Augenblick rannte er damit in den Wald hinein. Jetzt konnte er richtig laufen. Diese neun Schuhe waren weder schwer, noch ging es langsam darin. Im Gegenteil, sie hoben ihn gleichsam in die Höhe, wenn er sich bei einem Haselnussstrauch ein wenig nach den Nüssen strecken musste. Er brauchte sich gar keinen Stock abzuschneiden, und schon nach kurzer Zeit war sein Sack ganz voll von Haselnüssen. Nun ging Stefan auf die Landstraße hinaus, um möglichst schnell in die Stadt zu kommen. Aber schon nach wenigen Schritten stieß er auf einen Bauern, der mit seinem Schubkarren in einen Graben geraten war. »Bitte hilf mir, die Kabe herauszuziehen«, rief er Stefan zu. »Aber keine Zeit«, antwortete der Junge, und die Schuhe, die er jetzt anhatte, blieben wirklich nicht stehen. Sie trugen ihn schnell an dem Mann im Graben vorbei, und bald wurde der Kirchturm der Stadt sichtbar. Aber als Stefan über eine Koppel musste, weidete dein Pferd, das mit dem Schwanz um sich schlug. »Höre, Junge, jag mir doch die Fliegen von den Augen weg, mein Schwanz reicht nicht ganz hinab.« »Keine Zeit«, wiederholte Stefan, und damit war er auch schon fort. Gleich darauf sah auf einer Wiese dicht bei der Stadt eine alte Elster mit ihren Jungen mit einer ganzen Schar Krähen kämpfen, die ihn eine tote Ratte streitig machen wollte. »Lieber Junge, hilf uns doch gegen diese Räuber«, schrie die Elster ganz verzweifelt. »Sie wollen uns diesen Bissen vom Hund wegnehmen.« »Hab keine Zeit«, erwiderte Stefan. Ein paar Minuten später war er in der Stadt, und dort hatte er seine Nüsse rasch verkauft. Und als der Sack leer und seine Taschen voller Kupfermünzen waren, wanderte er wieder zum Stadttur hinaus, um so schnell als möglich zu seiner Großmutter heimzukommen. Zuerst machte er aber doch noch einen Augenblick Halt, um sein Geld zu zählen. Und während er damit beschäftigt war, fingen die Abendglocken an zu läuten. Da plötzlich geschah etwas Merkwürdiges. Die Schuhe, die er anhatte, setzten sich von selbst in Bewegung und trugen ihn dahin, wo das graue Häuschen lag. Er schrie vor Schrecken laut auf, und in demselben Augenblick vernahm er über sich ein Lachen und ein Flattern. Die alte Elster kreiste mit ihren Jungen über seinem Kopf. Ich sehe, du hast die Schuhe des Zauberers an, spottete sie. Das sind ganz besondere Schuhe, musst du wissen. Die Frau des Zauberers hat sie verhext, damit sie immer umkehren, sobald die Abendglocken läuten. Denn sie will ihren Mann abends bei Zeiten zu Hause haben. Jetzt musst du mit ihnen zurücklaufen, und dann kommst du sofort in den Topf. Stefan sperrte sich aus Leibeskräften, die Schuhe aufzuhalten. »Haltet mich fest! Haltet mich fest!« schrie er, denn er wollte um keinen Preis in den Topf gesteckt werden. Die Elster Mutter, ein hilfsbereites Geschöpf, hackte auch ihren Schnabel in seinen Kragen, um den schnellen Lauf etwas zu hemmen. Aber das nutzte wenig. Und als sie ihre Jungen bat, mitzuhelfen, lachten diese sie nur aus. »Wie?« riefen sie. »Hat er uns vielleicht bei der Ratte geholfen?« Und dann flogen sie neben Stefan her und kreischten vor Vergnügen. Denn sie fanden es ungeheuer lustig, wie er mit den Füßen strampelte, um aus den Schuhen zu schlüpfen, aber doch nur immer schneller und schneller in ihnen weiterlaufen musste. »Nun sehen wir, wer zuerst hinkommt!« spotteten sie, indem sie ein paar Sekunden schneller flogen und dann wieder boshaft krächzten. Der alten Elster aber tat Stefan leid. »Ich will einmal vorausfliegen und sehen, ob der Zauberer da ist,« sagte sie. »Vielleicht hat er noch gar nicht bemerkt, dass die Schuhe weggekommen sind und du kannst am Eingang herausschlüpfen, ehe er dich erwischt.« Und damit flog sie davon. Aber die Schuhe waren mit Stefan erst bei der Hecke angekommen, als sie schon wieder atemlos und erschöpft bei ihm ankam. »Die Krähen haben ihm schon erzählt, dass du seine Schuhe genommen hast und dass seine Schuhe dich nun bringen,« berichtete sie. »Nun sitzt er vor dem Haus und erwartet dich, und dabei singt er voller Freude. »Brodele, brodele nur, mein Kessel, bald stecke ich den Braten hinein.« Aber Stefan wollte nicht gebraten werden. Er wollte nicht mehr weiter, er wehrte sich und wehrte sich, hielt sich an jedem Ast, den er erwischen konnte, und an jedem Strauch fest. Aber sie entglitten ihm, und die Schuhe trugen ihn so schnell und mühelos vorwärts, als fahre er in Schlittenkufen über glattes Eis dahin. Da sah plötzlich das weidende Pferd. »Lauf mir in den Weg, lauf mir in den Weg, liebes Pferd,« schrie er, »sonst frisst mich der Zauberer.« Aber das Pferd war zu sehr damit beschäftigt, die Fliegen von seinen Augen abzuwehren. Es hörte ihn gar nicht, ehe Stefan seine Bitte wiederholen konnte, war er schon an dem Pferd vorbei, und nun ging es immer schneller und schneller. Dann kam er zu dem Bauern mit dem Schubkarren. »Halt mich auf! Halt mich auf, sonst bringen mich diese Schuhe zu dem schrecklichen Zauberer, und er steckt mich in den Topf!« »Wie, Stefan? Ja, wenn ich jetzt nur meinen Karren oben hätte!« erwiderte der Bauer. Der sich noch immer abmühte, ihn aus dem Graben herauszuziehen. Und im nächsten Augenblick war Stefan auch schon ein gutes Stück von ihm entfernt. Gleich darauf aber stieß er auf den Bock, der sein abgebrochenes Horn gegen einen Baumstamm rieb. »Komm schnell her! Kommt! Schnell! 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 Schnell!« Hier begegnete ihm der Hund, der seine verwundete Pfote leckte. »Beiß dich an mir fest! Beiß dich an mir fest!« rief der Junge, »sonst schleppen mich diese Schuhe geradewegs in den Rachen des bösen Zauberers!« Sofort kam der Hund herbei und schnappte nach den Zauberschuhen. Aber er hatte sie wohl nicht richtig mit den Zähnen erwischt, denn sie entglitten ihm wieder. Und obwohl er sich aus Leibeskräften anstrengte, konnte er ihn doch nicht mehr nachhinken. »Ach, wenn meine Pfote gesund gewesen wäre, würdet ihr mir gewiss nicht entschlüpft sein!« Dann blieb auch er zurück, und die Schuhe rannten weiter. Stefan erkannte die Gegend allmählich wieder. Jetzt war er gewiss schon nah bei dem grauen Häuschen, und jetzt hörte er auch eine furchtbare Stimme, die das Lied sang, von dem die Älstermutter erzählt hatte. »Kessel mein, bald stecke ich auch den Braten hinein!« Ja, das war sicher niemand anderes als der Zauberer. Jetzt tauchte das Dach der Hütte auf. Entsetzt bralte Stefan zurück, da aber kam ihm jemand zwischen den Haselnusssträuchern entgegen. Sollte es vielleicht gar der Zauberer sein, dann wäre es mit ihm aus und vorbei. Aber es war nicht der Zauberer, sondern nur die alte Frau, die an ihrem Strumpf streckte. »Hilf mir, Mütterchen, hilf mir, sonst packt mich der Zauberer!« sagte Stefan und streckte flehend die Arme nach ihr aus. Die alte Frau trat einen Schritt auf ihn zu und wickelte ein langes Stück von ihrem Garnknäuel ab. Dieses band sie Stefan um den Leib, und sofort blieben er und die Schuhe stehen. Was dem Horn des Bocks und den Zähnen des Hundes nicht geglückt war, das brachte dieses dünne Garn zustande, und der Junge konnte ganz leicht aus den Schuhen schlüpfen, die sofort allein auf die Hütte zu weiterliefen. Aber nun zog die alte ihre Schuhe aus und schlüpfte rasch in die Schuhe des Zauberers, worauf diese sich nicht mehr vom Fleck rührten. Und plötzlich entdeckte der Junge, dass die alte niemand anderes war als die Frau des Zauberers selbst. »Sei froh, dass du zuerst meine Schuhe nahmest, die bei allem, was Hilfe braucht, stehen bleiben«, sagte sie. »Hättest du mir den Knoll nicht unter den Haselnusssträuchern hervorgeholt, so hätte ich dir jetzt auch nicht helfen können.« Stefan schaute sie ein wenig verlegen an, denn er schämte sich, und es war ihm nach dem raschen Laufen etwas schwindelig. Aber dann fiel sein Blick auf die Schuhe. »Sind das die Schuhe, die mich so oft aufgehalten haben?« fragte er. »Ja«, antwortete die alte, liebe gute Frau. »Wollt ihr sie mir nicht noch einmal geben?« »Ja, ich gebe sie dir«, erwiderte sie. Darauf nahm Stefan die Schuhe, bedankte sich und ging heim zu seiner Großmutter. Ziemlich spät langte er dort an. Er war müde, seine Kleider waren zerrissen, und er blutete und war sehr hungrig. Den Sack und das Geld hatte er auch verloren, aber er war trotzdem froh. Denn etwas Nützliches brachte er doch mit heim. Ein paar wirklich gute Schuhe. Die Wunderbrille In einer schönen Stadt im Morgenland lebte einst eine alte Frau, die hieß Marianna. Die Leute aber nannten sie die Brillenmutter, weil sie eine große Brille trug, mit zwei dicken, runden Gläsern, in einer derben Horneinfassung. Die Alte wohnte nicht da, wo die großen, prächtigen Häuser standen, sondern weit draußen, in dem Viertel der armen Leute. Dort war ihr Häuschen eines der unscheinbarsten und kleinsten. Es war für die Alte und ihre schöne Enkeling Fatminne, die bei der Großmutter wohnte, gerade groß genug. Ihr müsst nun aber nicht glauben, dass Marianna, weil sie so arm war, unzufrieden oder missmutig gewesen wäre. Im Gegenteil, einen zufriedeneren Menschen konnte man nicht leicht finden. Und wunderbar war, dass sie alles, was sie hatte, immer schön und gut fand. Sie trug dasselbe alte, abgetragene Wollkleid im Winter wie im Sommer. Wenn aber die Leute sie deshalb neckten oder bedauerten, lachte die alte Frau sie aus und sagte, »Was wollt ihr denn? Mein Kleid ist doch schön und fein. Ich würde es nicht mit dem Prachtgewand einer Königin vertauschen.« Trank sie morgens ihre dünne Mehlsuppe, so glaubte sie, es sei Schokolade. Und wenn sie mittags bei ihren Kartoffeln saß, etwas anderes konnte sie sich nur selten kochen, und es wollte ihr jemand noch ein Stück Fleisch dazu schenken, so wehrte sie ab und meinte, »Sie habe doch solch köstliches Brathuhn, etwas Besseres habe doch selbst der Sultan nicht auf seinem Tisch.« Im Winter hatte die Alte so manches Mal kein Geld, um sich Brennholz zu kaufen und ihren Ofen zu heizen. Und es war bitterkalt in ihrem Stübchen, aber sie froh nicht. Denn wenn sie die Ofentür aufmachte, sah sie darin ein lustiges Feuerchen flackern, und sie fühlte sich warm und behaglich. Dass die Alte alle Dinge mit solch zufriedenen Blicken ansah, das machte ihre Brille. Durch die sah sich alles schön und gut an. Die ganze Welt schien, durch die Brille gesehen, ein wahres Paradies. Die Leute wussten nicht, dass die Brille diese Zauberkraft hatte, dachten, wenn sie die Marianne so reden hörten, sie habe nicht ihren richtigen Verstand, und sie lachten sie aus. Andere wieder wollten die Marianne überzeugen, dass sie Unrecht habe, dass ihr Kleid alt, ihr Ofen kalt und ihr Essen schlecht sei. Und sie ärgerten sich und zankten mit der alten Frau, die sich so gar nicht belehren ließ. Wieder andere wollten der Marianne durch Almosen und Geschenke helfen und fühlten sich gekränkt, wenn sie die milden Gaben zurückwies und meinte, »Ich brauche nichts. Ich bin so reich wie der Sultan. Ihr guten Leute, behaltet eure Sachen nur. Ihr habt ja alles viel nötiger als ich.« So hatte es oft ohne Mariannas Schuld Zank und Verdruss gegeben. Und schließlich war es dahin gekommen, dass die alte Mitfadmüner abseits von den Menschen ganz für sich lebte und kaum mit anderen Leuten mehr zusammenkam. Nur einen Gast hatte sie bei sich, einen, der sie nie verließ. Und das war die Zufriedenheit. Heute aber waren sie doch unter die Menschen gegangen, denn heute war ein Festtag ohne Gleichen für die Stadt. Der junge Sultan Abdallah zog nämlich in seine Residenz ein. Vor einigen Monaten war sein Vater hochbetagt und von allem Volk betrauert gestorben, und sein Sohn war ihm auf dem Thron gefolgt. Zunächst hatte der junge Fürst eine Fahrt nach dem Grabe des Propheten gemacht und dort hundertmal hundert Gebete verrichtet, Gott möge ihm eine glückliche Regierung und seinen Untertanen Segen und Wohlergehen schenken. Dann war er nach seiner Hauptstadt zurückgekehrt, und heute sollte der Einzug sein. Drum war alles Volk in Bewegung. Alle Fenster, Balkone und Dächer waren dicht besetzt. Wer da keinen Platz gefunden hatte, der stand auf der breiten Hauptstraße, durch die der Herrscher nach seinem Palast reiten sollte. Dicht gedrängt stand die Menge zu beiden Seiten der Straße. Unter den Leuten in der vordersten Reihe war auch Marianna mit ihrer schönen Enkelin und freute sich, den Sultan bald sehen zu können. Denn sie war eine treue Seele und liebte den jungen Herrscher, von dem man sich schon viel Schönes und Gutes zu erzählen wusste. Alles um sie herum war festlich gekleidet. Nur die arme Marianna, die kein Festgewand hatte, war in ihrem Alltagskleid gekommen. Drum ärgerten sich viele Leute und meinten, die Alte solle weggehen, sie passe nicht hierhin, sie solle wenigstens zurücktreten, dass der Sultan sie nicht sehe. Doch damit kam sie bei der Marianna schlecht an. Die antwortete, »Der Sultan wird sich freuen, wenn er mich sieht, denn ich habe doch das allerschönste Kleid. Der Sultan selbst trägt gewiss kein besseres.« Ja, und das ging den Leuten aber doch zu weit. »Was?« schrien sie, »was bildet die Alte Närrin sich ein? Der Sultan soll kein schöneres Kleid haben als sie, die alte Lumpenlese?« So entstand ein lautes Streiten und Zanken, und es wäre der Alten wohl schlechter gegangen. Doch da kam der Sultan angeritten, und bei seinem Anblick war alles andere schnell vergessen. Man rief begeistert, »Es lebe der Sultan!« Und es war des Tücherwehens und Fahnschwenkens, der Blumengrüße und Freudenrufe, kein Ende. Wie kam aber auch der junge Fürst daher, schön und edel gebildet, prächtig gekleidet, dankte er von seinem weißen Zelte herab hultvoll und freudig nach allen Seiten für den festlichen Empfang, bis er in den Toren seines Palastes verschwunden war. Doch das Volk hatte sich an seinem Anblick noch nicht satt gesehen. Immer wieder und immer wieder lief es in den nächsten Tagen in hellen Scharen zusammen, sobald der Herrscher sich zeigte. Auch Marianna befand sich immer unter der Menge, obwohl die Leute sie immer wieder wegweisen wollten und ihr sagten, in ihrem alten Kleid dürfe sie sich dem Sultan nicht zeigen. Und da der Streit gar nicht aufhörte, ja sogar immer heftiger wurde, so fiel die alte Frau, die auf alle Welt so bös zu sein schien, schließlich auch dem Sultan auf. Und er ließ sein Großvisier nach dem Grund des Streites fragen. Nachdem Abdallah darüber berichtet war, befahl er, man sollte die alte Marianna in Ruhe lassen. Von da ab hatte sie dennoch Ruhe vor den Leuten und konnte nach Herzenslust ungestört den Sultan bewundern. Vatmane blieb meistens zu Hause, denn sie war ein gar fleißiges, braves Kind und wollte von ihrer Arbeit nichts versäumen. Ich bin noch so jung, pflegte sie zu sagen, ich kann noch so viel Schönes sehen. Jetzt will ich einmal arbeiten und die Großmutter spazieren gehen lassen, die sie schon so viel hat plagen müssen. Nach ihrer Rückkehr am Abend erzählte dann die Alte dem jungen Mädchen, was sie alles gesehen und erlebt hatte, wie der Sultan ausgesehen und was für ein Gewand er getragen habe. Ja, sagte Tag hat er wieder ein noch schöneres und noch prächtigeres an. Und und doch die Alte stockte und schien in trübes Nachdenken zu versinken. Ganz verwundert schaute Vatmane die Großmutter an und fragte Was denn? Was meinst du denn, Großmutterchen? Und doch fuhr Marianna nach kurzem Bedenken fort und doch ist der Sultan nicht mehr so herrlich wie er war. Es kommt mir so vor, als sei er nicht mehr so freudig wie an den ersten Tagen. Und wie die helle Freude ihm aus den Augen geleuchtet hat, das war doch das Allerschönste an ihm. Ach, da musst du dich geirrt haben, Großmutterchen. Ja, aber Kind, du weißt doch, meine Brille täuscht nichts. Was ich durch die sehe, damit hat's eine Richtigkeit. Das musste ihr Vatmane zugeben und sie widersprach deshalb nicht länger. Doch den ganzen Abend dachten beide an den jungen Fürsten und sann, was wohl der Grund seines Kummers sein könne. Sie erschrak aber Vatmane, als am nächsten Morgen in aller Frühe ein Diener des Sultans erschien und die Marianne im Namen seines Herrn aufforderte, mit ihm in den Palast zu kommen. Ach, Allah, jammerte sie, der Sultan wird doch nicht böse sein und meine Großmutter köpfen lassen. Marianne beruhigte das Kind, wie sie nur irgend konnte und ging guten Mutes mit. Im Palast sah sie dann all die Herrlichkeiten, die sonst dem Volk verschlossen sind. Hohe, weite Säle aus Marmor und Ebenholz, mit Gold, Perlen und Edelsteinen besetzt und mit den schönsten Gemälden und kostbarsten Teppichen geschmückt. Überall verbreiteten Springbrunnen Kühle und Wohlgerüche. In dem prächtigsten Saal saß auf goldenem Sessel der Sultan. Als die alte Frau eintrat, ließ er alle seine Minister und Offiziere hinausgehen und die Marianne neben seinem Lehnstuhl Platz nehmen. Es schien ihm immer schwer zu werden, etwas zu sagen. Einige Male wollte er anfangen zu reden, er hielt aber immer wieder inne. Doch schließlich sagte er, Marianna, kannst du dir denken, warum ich dich habe holen lassen? Nein, ich bin eine alte, einfältige Frau, ich wüsste nicht, was mein Herr und Sultan von mir wollen könnte. Man hat mir gesagt, fuhr Abdallah fort, dass du immer zufrieden bist, dass du alles in deinem Leben schön und gut und wohl eingerichtet findest. Ja, das ist wahr, antwortete Marianna, ich bin ganz zufrieden, aber wäre es nicht die größte Sünde, wenn ich es nicht wäre? Du bist aber doch ganz arm, Marianna, hast keinen Palast und keine kostbaren Möbel und schönen Gärten, keine Diener, keine edlen Pferde, kein gutes Essen und das ist nicht wahr, fiel Marianna ins Wort. Gutes Essen habe ich auch, vielleicht besseres als du. Heute Morgen habe ich Schokolade getrunken, etwas so Gutes hast du wahrscheinlich noch nie gehabt. Darüber brauchst du gar nicht zu lachen, fuhr sie etwas ärgerlich fort, da der Sultan lächelte. Und wenn ich auch keinen Palast und schöne Gärten und das alles nicht habe, was du hast, arm bin ich deshalb doch nicht, mein Haus ist auch schön. Und darauf fing sie an, dem Sultan zu erzählen, wie hübsch es bei ihr sei, und wenn auch klein, so doch wohlig und behaglich. Besser, sagte sie zum Schluss, kann es überhaupt kein Mensch haben, außer dir, hoher Herr. Ja, siehst du, Marianna, ich habe doch nun alles Schöne, was es auf der Welt geben kann. Wenn ich morgens erwache, reicht mir ein Diener köstlich Mocker, eine Sklavin singt zur Laute, leise Lieder, eine andere fächelt mir Kühlung zu. Dann kommen Dichte mir ihre Verse vorzulesen, Künstler drängen sich heran, mir ihre neuen Werke zu zeigen, und die weisesten und klügsten Männer wetteifern, mich durch tiefsinnige Gespräche zu unterhalten. Ehe ich einen Wunsch ausgesprochen, ja, ehe ich ihn noch geahnt habe, ist er schon erfüllt, und doch bin ich nicht glücklich und zufrieden. Was ich höre und sehe, scheint mir fad und langweilig, nichts macht mir rechte Freude, und die Tage werden mir so lang, dass ich schon am Morgen wünsche, wenn es doch erst Abend und Zeit zum Schlafen gehen wäre. Der Sultan hielt inne, als ob er auf ein Wort der alten Frau wartete, aber die sah nachdenklich vor sich hin und sagte nichts. Deshalb, Marianna, fuhr darum der Sultan fort, habe ich dich rufen lassen. Mein Großvisier hat mir erzählt, du seist immer froh. Nun sollst du mir sagen, wie das kommt. Wenn du mir das Geheimnis verrätst, wie du das anstellst, will ich dich königlich belohnen. Marianna nahm ihre Brille ab und sagte, versuch es einmal mit dieser Brille, Herr, dann wird es vielleicht besser, aber du musst sie jeden Morgen und jeden Abend eine halbe Stunde lang selber putzen, sonst wird sie trübe. Morgen lass dich in aller Frühe am besten bei Sonnenaufgang wecken und dann mache die erste Probe. Bei diesen Worten gab die alte Frau dem Sultan ihre Brille und ging weg. Vom Dank und Belohnung wollte sie nichts wissen. Abdallah war voller Begier, die Brille zu erproben und er konnte es deshalb kaum abwarten, bis der Abend kam. Dann legte er sich zeitig schlafen und befahl seinen Dienern, ihn am nächsten Morgen bei Sonnenaufgang zu wecken. Und das geschah denn auch. Und als die Schar der Diener in das Schlaf gemacht trat, um nach des Sultans Befehlen zu fragen, da wären die Leute vor Erstaunen fast auf den Rücken gefallen, denn es war etwas ganz Unerhörtes, noch nie dagewesenes geschehen. Der Sultan war ganz allein und ohne Hilfe aus dem Bett gesprungen und jetzt hieß er alle Diener hinausgehen, denn er wolle sich alleine ankleiden. Kaum waren die Leute draußen, so setzte er sich im Hemd, wie er war, hin, nahm ein seidenes Buch und putzte damit ganz gewissenhaft eine halbe Stunde lang die Brille, das ihm von der ungewohnten Arbeit der Schweißdisch dann hinunterlieb. Darauf kleidete er sich flugs an und dann ging er mit der Brille auf der Nase in den Garten. Der Sultan wusste nicht, wie ihm geschah. Die Welt schien ihm verwandelt und er selbst glaubte, ein anderer geworden zu sein. Es war ihm so wohl und freudig zumut, wie ihm lange ja überhaupt noch nicht gewesen war. Wie hell leuchtete die Sonne, wie prangten die frischen Tautropfen auf allen Gräsern und Blüten und wie würzig und frisch wehte ihm die kühle Morgenluft um die Schläfe. Es zog ihn immer weiter und tiefer in den Garten hinein und er ging Wege, die er noch nie gegangen war, nicht die kunstvoll angelegten mit Palmen, Kamelien und Magnolien besetzten, großen Alleen, die zu Grotten und Marmorbildern, zu kleinen Tempeln und Pavillons führten, nein, es zog ihn seit ab, wo Bäume wild wuchsen, hochragende Platanen und knorrige Eichen und wo Vergissmein nicht und Feilchen wuchsen, männertreu und Hahnenfuß auf grüner Wiese bunt durcheinander standen. Das schien dem Sultan alles so wundervoll. Und er dachte, er müsse bisher doch wohl blind gewesen sein, dass er an dem allen achtlos hatte vorübergehen können. Wie schön war jeder Grashalm, die einen groß und stämmig, die anderen schlank und zierlich von jedem Windhauch bewegt. Die ganze Wiese im Morgentau glich einem silberglänzenden Schleier. Drinnen zirrten die Grillen und die Frösche quakten vom nahen Teich her. Dem Sultan klang das lieblicher wie sonst Gesang und Mandolinspiel. Gar manches Blümchen nahm er auf, hier ein weißes, ein blaues, dort ein rotes oder gelbes. Voll andächtigen Staunens sah er, wie reich der liebe Gott auch das kleinste mit Schönheit und Anmut umgeben hat, zur Freude derer, die offenen Auges und freien Sinnes durch seine herrliche Welt gehen. Vor lauter Vergnügen wälzte er sich auf der Wiese herum und zuletzt schlug er gar im Grase einen Purzelbaum. Ja, darauf erschrak aber doch ein wenig, denn dachte er, was werden die Leute sagen, wenn sie sehen, dass er, der großmächtige Sultan, der Beherrscher von so vielen Millionen, einen Purzelbaum schlage. Aber zum Glück hatte es niemand gesehen, als ein kleiner weißer Spitz, der lustig bellend angehopst kam und an dem Sultan emporsprang. Der hätte sonst das kleine Tier nicht beachtet, aber jetzt, in seiner frohen Laune, ließ er sich die Gesellschaft des lustigen Tierchens gern gefallen. Der Hund hüpfte voraus und der Sultan immer mit über Felder und Wiesen, wie lange, das wusste keiner von beiden. Allmählich wurde jedoch Abdallah gar seltsam und etwas unbehaglich zumut. Er hatte im Magen ein Gefühl, das er nicht kannte, das ihn aber quälte. Saß da drinnen ein böser Wurm, der an ihm nagte? Der Sultan wusste es nicht und der Spitz konnte ihm keine Auskunft geben. Plötzlich sah er nicht weit hinter Bäumen versteckt ein kleines Häuschen. Davor saß ein älterer Mann mit seiner Frau und seinem Sohn. Jeder hatte neben sich Spaten, Rechen und Hacke stehen. Das waren Landleute, die eben noch auf dem Feld mitgearbeitet hatten und jetzt ihr Frühstück Milchsuppe und Schwarzbrot verzehrten. Sie kannten den Sultan nicht. Als er sie aber recht freundlich fragte, ob er nicht mitessen dürfe, luden sie ihn herzlich ein. Der Sultan aß immer ein Stück Brot nach dem anderen und einen Teller Milchsuppe nach dem anderen und die guten Leute freuten sich von ganzem Herzen, wie es ihrem Gast doch schmeckte. Der konnte das Essen gar nicht genug loben und beteuerte immer wieder, so gut habe es ihm in seinem ganzen Leben noch nicht geschmeckt. Dass das Schwarzbrot mit Milchsuppe gewesen sei, wollte er durchaus nicht glauben und meinte, er müsse etwas ganz besonders Feines gegessen haben. Ach, nein, Herr, sagte der alte Mann, ihr habt wohl nur tüchtigen Hunger gehabt, deshalb hat es euch so gut geschmeckt. Doch Abdallah meinte, Hunger kenne ich nicht, den habe ich noch nie und ganz gewiss auch jetzt nicht gehabt. Und er bat die Leute, bald wieder kommen zu dürfen. Das sagten sie ihm gerne zu, nahm aber den Ring, den der Fremde ihnen schenken wollte, nicht an. Denn, so meinten sie, wir haben euch nicht für Lohn aufgenommen, sondern um Gottes und eurer frohen und guten Augen willen. Lebt wohl, Herr, und kommt bald wieder. Der Sultan ging herzlich dankend mit Spitz, der sich auch an Milchsuppe hatte stärken dürfen, den Weg nach seinem Palast zurück. Dort fand er alle in großer Aufregung, denn man hatte schon gefürchtet, es möchte ihm ein Unglück zugestoßen sein. Aber sie beruhigten sich schnell, als sie den Sultan sahen und wunderten sich nur über seine frohe Laune und seine große Brille. Und weil sie glaubten, ihrem Herrn alles nachtun zu müssen, zeigten sie auch alle lustige Gesichter und setzten sich Brillen auf ihre Nasen. Das waren aber gewöhnliche Brillen, keine Zauberbrillen, wie der Sultan eine hatte. Die nützten nichts. Nur die Brillenmacher hatten gute Tage, rieben sich vergnügt die Hände und lachten in sich hinein. So lebte Abdallah mehrere Wochen in großer Zufriedenheit. Und wenn er einen Kummer hatte, so war es nur der, dass die alte Marianna gar keine Belohnung annehmen, auch nicht mehr in den Palast kommen wollte. Ich bin dort jetzt ganz überflüssig, meinte sie, und es gefällt mir zu Hause in meiner Ruhe doch am besten. Da geschah es eines Tages, dass der Sultan von dem großmächtigen Kalifen Beniro Bay Bay Besuch bekam. Schon mit Abdalas Vater war der Kalif befreundet gewesen, und er kam jetzt, um den jungen Herrscher auf der Fahrt nach dem Grabe des Propheten zu begrüßen. Er brachte viele hundert Diener mit, einer immer kostbarer gekleidet als der andere. Alle saßen auf stattlichen Rossen oder schwerfälligen Kamelen, und es dauerte wohl eine halbe Stunde, bis der letzte in die Tore des Palastes eingezogen war. Dann wurde zu Ehren des Hohengastes ein Fest gefeiert, zu dem alle Großen des Landes eingeladen waren. Dabei gab es das beste Essen, und auch dem Wein wurde tapfer zugesprochen. Und der macht, wie ihr wisst, zutraulich und rätselig. Da wurde auch der Kalif so, und er fragte dann gegen Ende der Tafel den Sultan, Abdallah, was hast du eigentlich da für eine Brille auf der Nase? Schön ist sie nicht? Dein Auge ist gut, warum also trägst du sie? Der Sultan lächelte und antwortete, die Brille ist ein gar kostbares Ding, die ist mir mehr wert als mein halbes Reich. Deshalb putze ich sie auch jeden Morgen und jeden Abend eine halbe Stunde lang selber, damit sie hübsch blank bleibt. Darüber lachte Beniro aus vollem Halse, so, dass der Sultan sogar ein bisschen böse wurde. Er ließ sich aber nichts merken, weil der andere sein Gast war, und fragte ihn nur, weshalb er denn so lache. Ja, sagte der Kalif, das ist doch zu spaßig, mir ist das noch nicht vorgekommen, dass ein Sultan selbst etwas putzt. Putzest du dir denn auch deine Stiefel selbst? Nein, erwiderte Abdallah etwas kleinlaut. Nun also, meinte Beniro, wenn du schon die Brille tragen willst, meinetwegen, aber selbst putzen wirst du sie doch nicht mehr, das ist ja ein zu putziger Einfall von dir. Ja, weil der Kalif gar so herzlich lachte, musste Abdallah schließlich mitlachen, und sie stießen miteinander an, waren wieder die besten Freunde und sprachen bald von etwas anderem. Um Mitternacht bestieg Beniro sein Ross und zog mit seinen Begleitern weiter, Denn der großen Hitze wegen wollte er bei Nacht reiten. Der Sultan ging in sein Schlafzimmer. Er war sehr müde und ermattet. Doch er setzte sich, wie er es seit langem gewohnt war, auf einen Stuhl und nahm die Brille ab, um sie zu putzen. Aber plötzlich fielen ihm das Kalifen spöttische Worte ein, und dann war er doch auch so müde. Ach, heute, dachte der Sultan, kann mir einmal mein treuer Ibrahim helfen. Er gab drum dem alten Diener die Brille mit dem Befehl, sie eine halbe Stunde lang sorgfältig zu putzen, legte sich nieder und schlief sofort ein. Am nächsten Morgen lag die Brille wie immer neben des Sultans Bett. Aber nicht so frohgemut wie sonst stand er auf, denn er hatte ein schlechtes Gewissen und war besorgt, die Gläser möchten trüb geworden sein. Drum atmete er erleichtert auf, als er die Brille sah und sie noch ebenso hell und klar fand wie vorher. Er lobte seinen alten Ibrahim und ließ fortan von ihm jeden Morgen und jeden Abend die Brille putzen. Der Sultan wusste ja, dass er sich auf den braven Menschen verlassen könne. Aber eines Morgens, oh Schrecken, als der Sultan wieder die Brille aufsetzte, waren die Gläser trüb geworden und man konnte nichts mehr dadurch sehen. Er schallte in Ibrahim einen Tag die Bonfau Lenzer, aber der beteuerte, ich bin unschuldig, ich habe ganz gewissenhaft geputzt und wie ich zuletzt die Brille aus der Hand gelegt habe, sind die Gläser auch noch hell und klar und durchsichtig gewesen. Der Sultan ließ die Marianna holen und erzählte ihr, was geschehen war. Als die Alte hörte, wie man mit ihrer Brille umgegangen war, wurde sie furchtbar wütend. Die sonst so ruhige und sanftmütige Frau war wie umgewandelt und schrie den Sultan an, so wenig hast du mein Geschenk in Ehren gehalten, ich habe dir das Kostbarste gegeben, was ein Mensch besitzen kann, was mehr wert ist als dein ganzes Reich und du hast es verledert und verschlampt. Der Sultan wollte sich entschuldigen und der Marianne erklären, aber die ließ nichts gelten, wurde immer heftiger und rief schließlich dem Sultan zu, ich helfe dir nicht, du verdienst solch kostbares Geschenk gar nicht, du Faulenzer. Tja, das war Abdallah aber doch zu viel. Ihn, den mächtigen Herrscher, wagte ein armes, altes Weib Faulenzer zu nennen, voller Wut ließ er die Marianne ergreifen und ins Gefängnis führen. Die Brille aber ließ er in einen Brunnen werfen, der vor der Stadt auf dem Felde lag und so tief war, dass noch niemand daraus hatte Wasser schöpfen können. Deshalb dachten viele Leute, das sei gar kein richtiger Brunnen, sondern der Eingang zur Hölle. Im Volk hieß darum der Brunnen der Teufelsbrunnen. Die arme Marianne saß bei Wasser und Brot im Gefängnis und konnte darüber nachdenken, dass es nicht klug ist, den Mächtigen dieser Erde seine Meinung allzu grob und deutlich ins Gesicht zu sagen. Und wenn sie gar an ihr liebes Enkelkind die schöne Fatmane dachte, war sie zu Tode betrübt und feinte bittere Tränen. Doch das sollte lange nicht so bleiben. Und nun hört einmal, wie das gekommen ist. Zu jener Zeit zog durch das Morgenland ein Jüngling, der unter dem Volke Günther der Geigenspieler hieß. Er war von einer fernen Insel gekommen und er sah auch ganz anders aus, als die Menschen in des Sultans reichen. Er hatte helle blaue Augen, blonde Locken und ein Gesicht so rosig und zart wie eine Pfirsich Blüte. Er spielte, wohin er kam, auf der Geige und wie er spielte. Das klang zuerst wie tiefes Sehen, dann wie frohes Hoffen und zuletzt wie lauter Jubel und Freude. Es war kein Mensch, der ihm nicht folgte und nicht von dem Spiel bezaubert und wie umgewandelt war. Böse Menschen unterließen, was sie Hässliches gegen andere im Schilde führten und halfen denen, die sie hatten schädigen wollen. Alter Hass verschwand bei dem Spiel aus den Herzen, eingefressener Groll aus den Seelen und bittere Feindschaft aus den Sinnen. Die Traurigen wurden lustig, die Bedrückten froh Gemut, die Besorgten zuversichtlich und die Verzweifelten vertrauensvoll. Tiere und Pflanzen, ja selbst die leblose Natur schien empfänglich für des Jünglings Zauberweisen. Die Tiere horchten auf, die Bäume neigten sich, die Blumen wandten ihre Köpfe seinem Spiel zu und die Häuser taten ihre Tore, Türen und Fenster weit, weit auf, um die süßen Töne in vollen Strömen hereinklingen zu lassen. An diesem Abend zog der Jüngling in die Hauptstadt ein. Da es schon dunkel war, wurde er nicht bemerkt, und das war ihm gerade recht. Denn er wollte nach dem Gefängnis gehen, um der alten Marianna zu helfen, von deren traurigen Geschick er gehört hatte. Er setzte sich nahe dem Gefängnis in das Dunkel eines Gemäuers und wartete ab, bis es Mitternacht geworden war und alle Menschen schliefen. Dann fing er zu spielen an, zuerst leise, zitternd und zagend, dann immer voller, heller und froher. Marianna rieb sich den Schlaf aus den Augen und horchte. Sie wusste nicht, wie er war. Hatte sie geträumt? Oder hatte sie wirklich ihre Brille wieder? War die Welt wieder so schön wie früher? Lebte sie wieder mit Fatminen auf ihren gemütlichen Stübchen? Und was war denn das? Da tappen sich ja Tür und Fenster ihrer Kakerstube auf und es strömten jubelnde Töne herein, die das ganze Haus zu sprengen schienen. Die alte Frau litt es nicht mehr drin. Sie eilte fort, dahin, wo die Töne sie zogen, und niemand hielt sie zurück. Denn alle Wächter des Gefängnisses mit viel anderem Volk umstanden den wunderbaren Jüngling, der vom Licht des Mondes umflossen, zauberisch und verklärt erschien wie ein Bote des Himmels. Als er die Mariana kommen sah, hörte er auf zu spielen und ließ die Leute in ihre Stuben zurückgehen. Die Alte aber führte er nach ihrem Haus und gebot ihr, dort zu bleiben und sich nicht sehen zu lassen. Er selbst wollte nicht verweilen, denn, so meinte er, es gäbe für ihn noch viel in dieser Nacht zu tun. Und eins ging er weiter zum Palast des Sultans. Abdallah lag in seinem seidenen Bett, aber der Schlaf floh ihn, denn er dachte an das Unrecht, das er der Marianna getan hatte, und er hätte gern mit manch armen Tagelöhner getauscht, dem schwere Arbeit und ein gutes Gewissen tiefen Schlaf schenken. Da tönte es von der Straße herauf wie leises Mahn, das immer eindringlicher und vernehmlicher wurde. Der Sultan sprang aus dem Bett, er warf ein Gewand über, das erste Beste, das ihm zur Hand war, und eilte allein und ungesehen aus dem Palast dem Gefängnis zu. Er wollte die Alte aus dem Kerker herausholen und sie in Ehren in ihr Heim zurückführen. Doch er fand sie nicht. Von Angst gejagt lief er deshalb nach ihrem Häuschen. Marianne erkannte ihn schon von Weitem, denn es war mittlerweile hell geworden. Aber sie wollte nicht, dass der Sultan sie fände. Hatte doch auch der schöne Geigenspieler ihr geraten, sich nicht sehen zu lassen. Drum ließ sie die Fatmine hinunter gehen und dem Sultan sagen, ihre Großmutter sei im Gefängnis gestorben. Das Kind tat, wie ihm geheißen wurde. Der Sultan brach darüber in Tränen und laute Klagen aus und nannte sich selbst den Mörder der alten Frau. Denn vor Kummer über ihrer Einkackerung müsse sie wohl gestorben sein. Der schönen Fatmine tat der Sultan leid und sie hätte ihm gerne die Wahrheit gesagt, aber sie durfte es nicht und darum schwieg sie. Abdallah beklagte sie selber auch von Herzen, weil sie doch jetzt ganz verwaist sei, doch er wolle für des Mädchens wohlergehen sorgen und heute noch hundert Kamele schicken mit Gold, Perlen und Kostbarkeiten aller Art reich beladen. Fatmine wies alles zurück, aber Abdallah ließ mit seinen Bitten nicht nach und beteuerte, ich lasse dich nicht allein und wenn du kein Geschenk und sonst keine Hilfe von mir annimmst, dann will ich wenigstens in deiner Nähe bleiben, um dich gegen Diebe und böse Menschen beschützen zu können. So blieb der Sultan in dem Haus der alten Mariana und suchte Fatmine zu trösten, so gut er konnte. Die alte Großmutter aber hielt sich oben in einem kleinen Zimmerchen unter dem Dach auf und ließ sich nicht blicken. Der Sultan glaubte deshalb nach wie vor, die alte Frau sei im Gefängnis gestorben. Jeden Abend aber kam Fatmine zur Großmutter, erzählte ihr, was am Tag geschehen war und holte sich Rat bei der klugen alten Frau. Das ging so eine geraume Zeit. Der Sultan, hilfreich wo er nur konnte, holte der Fatmine Wasser aus dem Brunnen oder brachte ihr Holz aus dem nahen Wald und lernte, es mit dem Beil klein zu machen. Fatmine sang ihm zum Dank schöne Lieder vor oder erzählte von ihren Erlebnissen und dem Leben anderer Menschen. Dafür berichtete der Sultan aus seiner Jugend und wie es am Hof seines Vaters zugegangen sei und von anderen Fürsten und ihren Schicksalen. Dabei verging den beiden die Zeit wie im Flug. Denn für jeden war neu und lehrreich, was der andere zu erzählen musste. Mit jedem Tag wurden sie froher und vertrauter und der Sultan konnte sich nicht genug darüber wundern, wie er in dem kleinen Häuschen sich wohlfühlte und wie gut er in seinem kleinen Kämmerchen schlieb. Eines Tages aber kam des Sultans Groß Visier und bat seinen Herrn, kehre in den Palast zurück, es ist eine fremde Gesandtschaft gekommen, die du empfangen musst, auch viele andere Regierungsgeschäfte sind zu erledigen. Und tief betrübt, weil sie sich trennen sollten, saßen Abdallah und Sultan fühlte, dass er das Mädchen über alles lieb habe und sie nie und nimmer verlassen könne. Also fragte er kurz entschlossen die Fatmene, ob sie nicht seine Frau werden und mit ihm in seinen Palast kommen wolle. Das junge Ding war darüber furchtbar erschrocken. Sie, die arme Fatmene sollte Sultanin werden und aus der bescheidenen kleinen Hütte in den herrlichen Palast einziehen? Sie wusste nicht, was sie erwidern sollte und lief statt aller Antwort in ihrer Bestürzung aus dem Zimmer heraus und hinauf zu der Großmutter. Der erzählte sie, was geschehen war. Die alte Frau hatte wohl der gleichen geahnt, denn sie lachte ein bisschen verschmitzt in sich hinein, ließ aber Fatmene, die weinend ihr Gesicht im Schoß der Großmutter verbarg, nichts merken, sondern sagte mit großem Ernst, ich will dir meinen Segen zur Heirat geben und dich mit dem Sultan ziehen lassen, wenn mir Abdallah meine Brille wieder schafft. Fatmene sprang hinunter und sagte dem Sultan, ich will dich gern zu Mannen nehmen, aber du musst mir zuvor die Brille der Großmutter zurückgeben. Der Sultan versprach, das solle sofort geschehen, eilte nach seinem Palast, ließ alle seine Soldaten und Offiziere zusammentreten und versprach ihm die Hälfte seines Schatzes als Belohnung, wenn sie ihm die Brille aus dem Teufelsbrunn herausholten. Viele machten ein bedenkliches Gesicht dazu und wollten lieber auf alle Schätze der Welt verzichten, als sich in dem Brunnen vom Teufel holen und mit Extrapost nach der Hölle bringen zu lassen. Doch zehn besonders mutige und tapfere Offiziere taten sich zusammen, versahen sich mit Langleitern und Stricken und beschlossen, in den Brunnen hinunter zu steigen. Zunächst ging es auch ganz gut. Sie ließen Leitern und Stricke, die sie oben befestigten, tief in den Brunnen hinab, ohne dass sich etwas Besonderes zeigte. Kaum aber schickten sie sich an, hinunter zu steigen, da kam ihnen ein scheußlicher Kerl entgegen. Es wird wohl der Teufel oder einer seiner Gesellen gewesen sein. Er hatte feurige Augen, sein Atem ging wie Pech und Schwefel, seine Hände hatten scharfe Krallen und aus jedem Finger schoss ein Feuerstrahl heraus. Der Unheul trieb die jungen Männer zurück und schrie mit dröhnender Stimme »Veniat Ipsissimus! Veniat Ipsissimus!« Und so oft die tapferen Versuche in den Schaft hinabzusteigen erneuerten bei Tag und bei Nacht, immer wieder kam das Scheusal aus der Tiefe hervor, brüllte sein »Veniat Ipsissimus!« und scheuchte die Männer zurück. So mussten sie schließlich unverrichteter Sache in tiefer Niedergeschlagenheit nach dem Palast zurückgehen. Der Sultan war aber noch viel betrübter als sie, denn Fatmana blieb dabei, sie müsse die Brille wieder haben, sonst werde sie nicht des Sultans Frau, und Abdallah fühlte von Tag zu Tag mehr, dass er ohne das Mädchen nicht leben könne. Er war der Verzweiflung nah. Schließlich entschloss er sich auf Rat seines Großvisiers, zu einem uralten Mönch zu gehen, der schon seit urdenklichen Zeiten als Einsiedler in der Wüste lebte und in dem Ruf besonderer Weisheit stand. Der Sultan stellte dem Kreise die Sache vor und bat um Rat. Ja, sagte der Alte, du musst selber gehen. Was, ich soll in den Brunnen steigen, in den schmutzigen, dunklen Brunnen und vielleicht gar mich vom Teufel holen lassen? Ja, das wird wohl nicht anders gehen, Abdallah. Denn die Worte, die der Teufel oder wer sonst es war, immer wieder geschrien hat, sind lateinisch und heißen, er soll selber kommen, in höchst eigener Person. Ich glaube, damit meinte er dich, Sultan, an, denn du warst es doch, der die Brille in den Brunnen hat werfen lassen. Der Sultan entfernte sich, und zwar in wenig gnädiger Laune, denn dass ihm der Alte zugemutet hatte, selbst in den schrecklichen Brunnen zu steigen, das wollte ihm gar nicht gefallen. Er verbrachte die Nacht schlaflos, weil er aber keinen Ausweg sah und seine Sehnsucht nach Fatmanen immer größer wurde, so entschloss er sich, am nächsten Morgen in den Brunnen zu steigen und nach der Brille zu suchen. Es regte sich auch wirklich nichts, als Abdallah in den Schacht hinabstieg. Das feurige Scheusal kam nicht zum Vorschein und der alte Mönch schien recht gehabt zu haben. Der Sultan aber stieg immer tiefer und tiefer hinab. Die Männer, die oben Wache hielten, konnten ihn schon lange nicht mehr sehen. Je tiefer es aber abwärts ging, desto dunkler und schauriger wurde es in dem unergründlichen Schacht, so dass es dem Sultan ganz bange wurde. Aber er ließ nicht nach. Denn was galt ihm das Leben, wenn er seine geliebte Fatmine nicht gewinnen konnte. Stunden und Stunden war der Sultan wohl schon hinab gestiegen, er war immer verzagter geworden. Auch seine Kräfte drohten ihn zu verlassen. Da hörte er von unten herauf undeutliche Geräusche, wie Hämmern und Klopfen und Pochen und Schlagen. Je weiter er hinab stieg, desto größer wurde der Lärm, bis er sich zu einem betäubenden Getöse steigerte. Schließlich, es war plötzlich wieder ganz hell um ihn geworden, stand der Sultan vor einer Glastür, an der in goldenen Schriftzeichen Labor stand. Sie führte in einen hell erleuchteten unermesslich weiten Saal. Von drinnen kam das Getöse, denn da war alles in unaufhörlicher Bewegung. In dem ganzen weiten Saal standen riesige Glaskasten, die durch gläsene Röhren miteinander verbunden waren. In die Kasten wurde fortwährend Wasser gepumpt und nach oben in tausend verschiedene Strahlen abgeleitet. Überall bei den sprühenden, schäumenden, brausenden Wassern arbeiteten geschäftig und possierlich winzige Zwerge, die wie kleine Gummimänner aussahen. Ob die Kerlchen wirklich aus Gummi waren, das konnte der Sultan nicht erkennen. Wie er eintrat, kam ihm ein rüstiger, älterer Mann mit den Worten entgegen, »Gut, dass du kommst, Abdallah, eben ist deine Brille fertig geworden. Wir hatten schön zu tun, sie wieder blank zu machen. Vier Monate und drei Tage haben wir sie beständig mit Wasser spülen müssen, aber jetzt sind die Gläser wieder hell. Währenddessen brachte auch schon ein kleiner Gummizwerg die Brille und gab sie auf geheißenes Herrn, dem Sultan. Abdallah wusste nicht, was er zu all dem sagen sollte. Doch Herr Labo, das war der Mann, der den Sultan empfangen hatte, meinte, »Zum reden habe ich keine Zeit hin, meiner Werkstatt muss ununterbrochen gearbeitet werden, sonst haben die Quellen, Flüsse und Seen auf der Erde kein Wasser, denn das muss ich von hier unten hinauf schaffen ans Tageslicht. Übrigens musst auch du dich sputen, Sultan, denn deine Begleiter und Fatmänner erwarten schon in Angst und Sorge deine Rückkehr. Und so blieb dem Sultan nur übrig, Herrn Labo kurz zu danken und so dann den Rückweg anzutreten. In seiner überströmenden Freude verspürte er nichts mehr von Müdigkeit. Wie ein Eichhörnchen sprang er von Sprosse zu Sprosse empor, nicht seltener auch übersprang er ein oder zwei. Der Abstieg war ihm unendlich lang und mühselig erschien, der Aufstieg schien wie Spielerei. Als er jetzt wieder das Tageslicht erblickte, kam es ihm so vor, als er in wenigen Minuten hinauf gestiegen. Seine Begleiter riefen ihm zu, noch ein Sprung und der Sumtan stand wieder auf der Erde. Aber wie sah er aus? Über und über mit Staub und Schmutz bedeckt. Doch er fragte nicht danach. Seine Leute wollten ihn zurückhalten, um ihm erst ein anderes Kleid zu bringen, aber er machte sich los und lief wie er stand, so schnell er konnte, nach dem Haus der Fatmänner. Das Mädchen sah ihn daherkommen, wie er glücksstrahlend und atemlos die Brille in der hoch erhobenen Hand schwenkte. Es rief die Großmutter. Da die Alte ihre Brille sah und die Freude, die aus den Kindes Augen strahlte, schwand aller Gräuel aus ihrem Herzen und sie lief zusammen mit Fatmänner dem Sultan entgegen. Abdallah, tief bewegt, als Herr Marianna wieder sah, sank auf die Knie nieder, dankte Gott und küsste beiden Frauen die Hände. Die alte Großmutter hob ihn freundlich lächelnd auf, legte die Hände des Jungpaares ineinander und segnete die beiden überglücklichen Menschen. Noch an demselben Tage wurde Hochzeit gefeiert. Die Großmutter schenkte ihren Kindern die Brille. Sie meinte, sie selbst brauche sie nicht mehr, aber die Jungen sollten sie in Ehren halten. Die beiden versprachen das und haben ihr Wort bis an ihr Lebensende gehalten. Und die Brille ist nie wieder trüb geworden. Der Glückspilz Menschen sind wie Blätter. Sie kommen und vergehen. Aber sie kommen auch wie die Pilze und ist gar einmal ein Glückspilz darunter, so hat er seine Liebe Not. Denn keiner gönnt es dem anderen, dass ihm über den Kopf wachse. Das macht der Neid, der böse Neid. und zwischen den Menschen und den Pilzen ist ein ewiger Krieg. Trifft einmal einer einen armen Pilz, so macht er kurzen Prozess mit ihm, gerade wie der Scharfrichter mit dem armen Sünder. Er haut ihm den Kopf ab, und je weiter er fliegt, desto mehr macht es ihm Vergnügen. Ja, einige machen es noch schlimmer. Sie zermalmen ihn mit den Füßen, dass aber die schlimmsten von allen, das sind doch die Pilzfresser. Ihr wisst es, es gibt Menschen, welche ihre Feinde verzehren. Solche und deren viele haben auch die Pilze zu Feinden. Sie suchen sich nur erst die Rechten aus, denn auf die Rechten ist ja immer am meisten abgesehen. Und wenn sie die erst haben, so fressen sie sie mit Haut und Harmen. Kein Wunder also, dass es Krieg ist zwischen den Menschen und den Pilzen. Tut es nicht der Neid, so tut die Not wehr. Und tut diese es nicht, so tut die Rache, denn süß ist die Rache. Och, die armen Pilze, ja, was vermögen sie aber gegen die klugen Menschen. Auf den ersten Blick freilich nicht viel, auf den zweiten aber schon mehr. Und das Krieg führen haben sie los, das muss man ihnen lassen. Da sind zuerst die Großen, die sind so die Anführer. Sie beraten den Plan und geben die Befehle. Und ist einmal ein so recht grimmiger darunter, wie der Hausfresser oder der Windmacher oder der Giftmischer, so geht er auch wohl selber mit darauf los. Aber die anderen bleiben doch hübsch dahinten, gerade wie bei uns. Die schicken ihre Leute ins Feuer und das sind die kleinen und die sind so zahlreich wie der Sand am Meere. Und was das Schlimmste ist, die sind so klein, so klein, dass sie wirklich noch kleiner sind als klein und der Mensch mit seinen scharfen Augen sie gar nicht einmal sehen kann. Aber hört nun weiter, wie die Pilze es machen. Gleich wenn ein Mensch geboren wird, halten sie Kriegsrat. Das sind so die Großen, die Anführer. Und ihr habt eine solche Versammlung gewiss schon einmal gesehen, stramm wie die Königsgrenadiere stehen sie da, der eine bei dem anderen, einige auch geheimprächtigen Uniformen und alle mit einem großen mächtigen Hut auf dem Kopf. Daran erkennt man den Generalstab. Und wieder hatte der Storch so ein kleines Kind auf die Welt gebracht. Es war ein kleiner, prächtiger Junge, von der Mühle im Teich, da, wo die großen Blätter schwimmen, mit den weißen Lilien, hatte ihn herausgeholt. Und die Pilze hinterm Knick auf der Wiese, die hatten's gesehen. Aber weil ihnen der Nacken so steif und der Hut so groß war, hatten sie den Storch aus den Augen verloren und nun hielten sie Kriegsrat. Da flog er hin, sagten sie alle. Ja, freilich, da flog er hin. Aber wohin er den kleinen Jungen gebracht, das wusste doch keiner. Und nun war guter Rat teuer. Quack, quack, rief es da mit einem Mal im Grase. Haha, dachten die Pilze, der will sich die Welt besehen. Und komm, komm, liefen sie ihm alle entgegen. Und richtig, er kam. Und als er gekommen war, da war's ein Frosch, ein großer, grüner Frosch, und der machte einen Satz. Und wuppdiwupps, so war er da, ganz oben, auf dem Hut eines großen Pilzes. Und wie so niedlich es da saß, das kleine grüne Männchen, hinten niedrig und vorne hoch, gerade wie der Hund vor der Haustür, und wie es so klug dreinschaute, ja, da hatten's die Kinder im Dorfe gesehen. Gewiss, die hätten gerufen, Pock, Pocken, Pocken, Pockenstol. Denn die Kinder sprachen Plattdeutsch, und den Frosch nannten sie Pock, und den Pilz Pockenstol. Aber die Kinder sahen's nicht, sie waren gerade nicht da, und der Frosch beguckte sich die Welt und quakte vor Vergnügen. Die alten hässlichen Pilze. Das wollten sie nur, und der eine stieß den anderen an und sagte leise, pass auf, wenn nur als der Storch käme. Darauf rechneten sie gerade, denn der Storch ist ein Philosoph, und Philosophen suchen alles zu ergründen und gehen gerne spazieren, und wenn sie spazieren gehen, so sprechen sie mit sich selber. Und der schlauste von ihnen, der verschmitzte Champignon, gerade einer von denen, welche von den Menschen so gern verzehrt werden, rief gleich darauf, Quack, lieber Frosch, Quack, lieber Frosch, da oben kannst du's prächtig sehen. Ja, und der Frosch, der quakte lustig weiter. Da kam auch schon der Storch. Er hatte es gleich gehört, und die Reise mit dem Kinde hatte ihn hungrig gemacht. Husch, husch kam er herunter, und marsch, marsch, gingen ihm die Beine, und schwapps sagte es, da hatte er den Frosch auch schon im Schnabel. Und als sie ihn erst im Leibe hatte, besah sich die Pilze und fing an zu philosophieren. Das sind Pilze, sagte er, das ist richtig. Aber nun möchte ich doch wissen, warum es auch Menschen gibt, die Pilze sind. Und dabei kraute er sich im Nacken und legte den Fuß an den Schnabel, gerade wie die Philosophen den Finger an die Nase. Ja, das möchte ich wissen, sagte er. Denn der kleine Junge, den ich da eben ins Dorf brachte und in den Schornstein des dicken Müllers, ja, der, der war doch auch ein Pilz. Die Fee, da unter den Wasserlinien, welche mir ihn gab, sagte es ja. Der ist ein Glückspilz, sagte sie, dem wird es gut gehen, und Feen lügen nicht. Aber Pilz ist doch Pilz. Und Kind ist Kind. Wie kann denn nun das Kind ein Pilz sein? Und er stand noch lange und grübelte. Aber er kriegte es doch nicht heraus, und da sprach er auch noch Latein. Plenus ventern und studet libenter, sagte er, und spazierte gemächlich weiter. Aha, also gewesen, ein Glückspilz, und ins Dorf hatte ihn gebracht, und in den Schornstein des dicken Müllers. Nun wussten sie genug, der Glückspilz sollte sterben, sterben um jeden Preis, krieg dem Glückspilz. Und in der Mühle war große Freude. Ein Knabe fehlte gerade, und nun hatte der Storch ihn gebracht. Der dicke Müller und die Müllerin meinten, einen größeren Gefallen hätte ihn gar nicht erzeigen können. Was war's aber auch für ein Junge, so kugelrund und so kerngesund und auch schon so prächtig bei Stimme? Die dreien Arme und die dicken Beine, meinte der Müller, die hätte doch gewiss von ihm. Und die Müllerin meinte, solche Kinder gäbe es gar nicht mehr, und es fehlten nur noch die Flügel, so wär's ein Engel. Und lachen könnte auch schon, und beißen auch, und ich sag euch wie, so dass die Müllerin oft laut aufschreien musste, wenn sie den kleinen Mützenband spielte und lächelte, dann war's ihr und dem Müller gerade, als ob ihnen etwas in die Augen käme. Und das war doch so sonderbar, dass sie weinen mussten, wenn er lächelte. Aber in der Mühle war ja große Freude. In der Mühle war aber auch noch etwas anderes. Da unter den Balken und Brettern zwischen den Wänden und hinter der Decke lauerte giftige Bosheit über solchen Glück. Da hauste der tückische Feind verborgen im Dunkeln und er kommandierte seine Rotten. Und wie sie es verstanden, diese Vandalen, das Werk der Zerstörung. Aber leise, ganz leise, so dass keiner es merkte und alles um den Glückspitz. Und durch alle Ritzen wurzelte es hindurch, durch alle Fugen und Poren, an den Wänden kroch es empor, höher und immer höher. Und in die Balken und Bretter bohrte es sich hinein, tiefer und immer tiefer. Der Müller sagte zu seiner Frau, du musst mir lüften, es riecht hier so moderig. Und die Müllerin sagte zu ihrem Mann, was für ein Korn malt deine Mühle, sieh doch, wie rötliches Pulver liegt es auf allen Möbeln. Und die Müllerin lüftete und uhlte und wischte, aber die Luft blieb ganz dieselbe und der rötliche Staun kam immer wieder. Und der kleine Glückspilz, der machte sich wenig daraus. Aber nun war zwei Jahre alt und der Müller hatte ihn noch immer nicht impfen lassen. Nun sollte er geimpft werden. In demselben Dorfe, nicht weit von der Mühle, wohnte der alte Doktor. Der besorgte das Impfen und der Doktor war ein Pilzfresser. Champignon und Trüffel waren sein Leibgericht und Trüffel sind auch Pilze. Die Bauern konnten es gar nicht begreifen und der Müller auch nicht, was er daran für ein Fressen fände. Aber der Doktor wusste wohl, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Und war ein klug Gott hat studiert und kannte alles beim rechten Namen. Und wenn im Dorfe eine schlimme Krankheit war, als Masern oder Scharlach oder Typhus und wenn er dann geholt wurde, so sprach er gleich Lateinisch und nannte es gleich beim rechten Namen und sagte dann immer hinterher die verfluchten Pilze. Tja, das konnten die Bauern nun freilich erst recht nicht kleinkriegen und meinten dann jedes Mal, er habe wohl wieder Pilze gefressen und es sei wohl ein Giftiger darunter gewesen, der ihm Leib weh mache. Als nun der alte Doktor kam, schnupperte er mit der Nase und öffnete sogleich das Fenster. »Frische Luft«, sagte er, »frische Luft, mein lieber Müller, das ist das beste Wasser auf die Mühle der Kinder.« »Ja«, sagte der Müller, »rühchen Sie etwas, Herr Doktor? Weiß der Kuckuck, woher das kommt, meine Frau und ich, wir riechen es schon so lange.« Das Fenster war nun offen, aber so recht frisch wollte es in der Stube noch immer nicht werden, und der Doktor schnupperte weiter und zuletzt sogar bei dem Kleinen herum, gerade als wenn er sagen wollte, vielleicht hat der's getan, worüber die Müllerin schon ganz rot wurde. Aber der Kleine war unschuldig, und der Doktor fing an, ihn zu impfen. Das war nun freilich eine Heidenarbeit, er schrie entsetzlich, und der Müller musste ihn halten. Und dem dicken Müller tat's ordentlich weh, als nun so der Doktor mit der scharfen Nadel in dem kleinen dicken Arm seines Kindes stach. »Und er meinte, das sei doch eigentlich eine Quellerei und so nichts zu nütze, und wer darum die Blattern haben solle, der bekäme sie doch.« »Oho«, sagte da der Doktor, und nannte es gleich beim rechten Namen. »Torula Rufeszenz«, »das ist der Blatternpilz.« »Ja, wenn der nicht wäre, dann hätten wir auch keine Blattern, die verfluchten Pilze.« »Und das Kontagium, was man so Kontagium nennt, das will sagen, der Ansteckungsstoff, das ist der Mikrokokos, der verfluchte Mikrokokos, der alles Unheil anrichtet und an allem Schuld ist.« Tja, damit war nun freilich der Müller noch ebenso klug, und konnte sich's gar nicht erklären, was das alles mit dem Impfen zu tun habe. Und der alte Doktor erzählte ihm nun weiter, wenn seine Kühe einmal die Pocken kriegen sollten, so käme das von dem Blatternpilz, der mitunter auf ihrem Futterkraut wachse. Denn wenn sie solches Futter fräsen, so verschlängen sie damit zugleich auch den Pilz und mit dem Pilz zugleich den Mikrokokos. Das wolle sagen, seine Samen, der dann auf dem Euter der Kühe als Pilz wieder herauswachse und dort die Pocken bilde. Und was er da soeben dem kleinen Schreihals in den Arm praktiziert, das sei gerade der Same von diesem Pilz, damit der Junge angesteckt werde und auch die Blattern bekomme. Der Müller fuhr erschrocken zurück und die Müllerin auch, denn das hatten sie noch alle beide nicht gewusst. Aber der Doktor sagte, »Bange machen gilt nicht. Kuhpocken sind keine Menschenpocken, aber Pocken sind's doch. Und wer einmal die Pocken gehabt hat, der bekommt sie so leicht nicht wieder.« Als nun der Kleine geimpft war, musste sich der Doktor aufs Sofa setzen und ein Glas Wein trinken. Da schnupperte er wieder mit der Nase und diesmal flog ihm etwas hinein, sodass er niesen musste. »Zu Gesundheit«, sagte der Müller. »Dankschön«, sagte der Doktor. »Sie haben hier starken Tabak in der Stube.« Tja, der Müller wusste gar nicht, was er damit meinte, aber der Doktor zog seine Lupe aus der Tasche und besah sich den feinrötlichen Staub, von dem wieder etwas auf der Tischdecke lag. Und nun ging ihm mit einem Maler ein Licht auf. »Mein lieber Müller«, sagte er, »da haben wir die Bescherung. Die verfluchten Pilze. In ihrem Hause ist der Schwamm.« Tja, der Müller und seine Frau machten ein ellenlanges Gesicht und wollten's gar nicht glauben. Aber der alte Doktor nannte es gleich wieder beim rechten Namen. »Merulius Lacrymans«, sagte er. »Das ist der Hausschwamm. Und der ist ein Pilz. Und der rosenrote Staub hier, das sind seine Sporen. Will sagen, sein Same. Also dasselbe bei den Großen, was bei den Kleinen der Mikrokokos ist.« Konnte er auch dem dicken Müller nichts anhaben, dem kleinen Müllerburschen da, könnte er unter Umständen doch sehr gefährlich werden. Denn er verursacht Schlingbeschwerden und Erbrechen und bei kleinen Kindern zuweilen sogar den Tod. Der Junge musste aus der Stube und sie beide dazu. Das ist das Beste. Und der Doktor nahm seinen Hut und sagte, »Guten Morgen.« Und der Müller und seine Frau und der kleine Glückspilz zogen denselben Tag noch eine Treppe höher. Da oben, in der besten Stube, da war's anders. Da war's frisch und schön und nur selten ein rotes Stäubchen zu finden. Aber der kleine Glückspilz war auch dort nicht sicher, und der schlimme Feind wusste ihn bald zu finden. Ging auch ein Jahr darüber hin, und dann noch eins. Sie gingen schnell. Und es dauerte nicht lange. Da fing es an, auch dort schon dumpf und modrig zu werden. Und auf den hübschen Möbeln der Müllerin gab es alle Tage zu würsten und zu wischen. Ein Glück, dass das Haus alt war. Denn nun musste der Müller bauen. Und bauen kennen die Müller immer. Denn das kommt vom Matten. Und der Müller ging zum Zimmermann, und der Zimmermann zum Maurer, und als das Frühjahr kam, da kamen auch schon die Wagen und brachten Holz und Steine. Und nachher kamen die Handwerker, und der dicke Müller konnte kaum so viel malen und die dicke Müllerin kochen und backen, als sie alle verzehrten. War das ein Leben für den kleinen, fröhlichen Glückspilz? Und dazu das Umziehen, denn das macht den Kindern ja immer so viel Vergnügen. Aber diesmal ging's keine Treppe höher, denn dann wären sie auf den Boden gekommen, sondern es ging die Treppe wieder hinunter und durch die offene Haustür. Drüben, jenseits der Straße, wohnte Nachbar Johannsen. Der hatte dem Müller sein Nebenhaus vermietet. Nachbar Johannsen war ein reicher Mann. Er hatte nicht bloß viel Geld, sondern auch viele Kinder und alle gesund und munter. Und wer so beides hat, der ist reich. All das Geld hatte er einmal in der Lotterie gewonnen, über hunderttausend Taler. All die lieben Kinder hatten ihm aber auch so nach und nach der Storch gebracht aus des Müllers Mühlenteich. Und dafür war Nachbar Johannsen, dennoch dem Müller, wieder erkenntlich gewesen und hatte ihm sein Nebenhaus vermietet. Es waren liebe, prächtige Kinder, das eine noch hübscher als das andere. Aber die allerhübscheste war Nachbar Johannsens Lähnchen. Die war gerade so alt wie der kleine Glückspilz und seine liebste Spielgenossin. Sonst war Nachbar Johannsen nicht gerade der klügste. Und weil er so im Schlaf dabei gekommen war, sagten die Leute immer, er sei ein Glückspilz. Und das sagte der Doktor auch, aber er dachte dabei nicht an das große Los, sondern an die große Familie, namentlich an all die lieben Kinder, die ihn und den Apotheker noch nicht einmal in Nahrung gesetzt hatten. Denn das musste er wohl und musste es als Doktor auch am besten wissen, die Gesundheit ist doch immer noch das größte Gut im Leben. Als nun der Müller und Zug schleppten der kleine Glückspilz und Nachbar Johannsens Lähnchen lustig mit hinüber. Einmal den Stiefeknecht und einmal die Kaffeemühle und dann wieder den Brotkorb und den Spucknapf. Und als nun alles hinüber war, das Große wie das Kleine, da ging es los von unten und oben an allen Ecken und Enden. War das ein Brechen und Stoßen, ein Reißen und Poltern, dass es knisterte und knackte und kein Stück auf dem anderen blieb. Und siehe da, auf den Brettern und Balken, da saß es in langen weißen Streifen mit zierlichen Ranken nach allen Seiten, gerade wie der Efeuern der Mauer im Garten und war gar prächtig anzusehen. Aber es roch entsetzlich, und die Leute rissen es unbarmärzig herunter, und der eine zeigte es dem anderen, und wo es gesessen, da war alles morsch und verfault, dass von den Pfosten und langen Brettern und dicken Balken die Stücke Holz nur so herunterbröckelten. Und der kleine Glückspilz und Nachbar Johanssens Lähnchen waren immer dazwischen. Immer die längsten und die schönsten Ranken suchten sie sich aus und zerrupften sie. Das ging so leicht, und die Kinder tun's so gern. Und rund um sie her lag es voll von kleinen Stücken. Und es war ordentlich, als ob sie sich krümmten und wendten unter den Händen der Kinder, gerade wie die Stücke eines zerrissenen Regenwurms. Aber es waren ja keine Würmer, es war ja nur der Schwamm. Und den Kindern machte es Vergnügen. Da kam der Doktor, und wenn der Doktor kommt, dann laufen die Kinder weg. Fort waren sie. Und der Doktor betrachtete die Bescherung und sagte, »Oh, die verfluchten Pilze!« Die alten Pilze hatten sich aber doch sehr verrechnet. Wer einem sein Haus nimmt, hatten sie gedacht, und den Herd dazu, der nimmt ihm auch schon das halbe Leben. Aber sie hatten nur keine Ahnung davon, dass der Müller Geld hatte und sich ein nagelneues Haus wieder bauen konnte, und dass der kleine Glückspilz ein kerngesunder Junge war, der einen so guten Magen hatte, dass ihm das rötliche Giftpulver nicht einmal Leibweh machte. Nun war es aus mit ihnen, und drüben hinterm Knick auf der Wiese war große Aufregung. Denn einer ihrer besten Anführer, der grimmige Hausfresser, war mit allen seinen Leuten jämmerlich zugrunde gegangen. Und nun standen sie auch schon wieder da und brüteten aufs neue Verderben, und diesmal sollte eine Armee der Kleinen vor, der ganz klein, die niemand sehen kann, und von ihnen gerade wieder diejenigen, welche den Kindern am meisten nachstellen und ihre größten Feinde sind. Sie waren aber gerade nicht zu Hause, sondern alle ausgezogen gegen die Kinder eines anderen Dorfes, das nicht weit davon lag, und unter denen sie bereits so entsetzlich wüteten, wie einstmals die Soldaten des Herodes zu Bethlehem. Da mussten sie plötzlich mit ihren Morden innehalten. Denn es traf die Order ein, so schnell wie möglich nach dem Dorfe zu kommen, wo der reiche Müller wohne, mit dem kleinen Glückspilz. Und wie froh nun die Leute waren, als die lieben kleinen Kinder nicht mehr starben. Das lässt sich gar nicht beschreiben. Aber wem machten sie es nur möglich, so von einem Dorfe nach dem anderen zu gelangen? So ganz kleine Leute haben doch auch nur ganz kleine Beine. Und auf den kleinen Beinen ist es schlecht zu marschieren. Tja, seht mal, vom Marschieren war gar nicht bei ihnen die Rede. Sie hatten es viel bequemer, sie ließen sich nämlich tragen. Und der, welcher sie tragen musste, das war der Wind. Was heißt diesmal? Denn allemal war es auch der nicht, sondern zuweilen sogar die Menschen selber, denen sie gerade zu Schaden suchen und für denen sie tödlich gehasst werden. Aber das macht sie ja gerade, dass sie so klein sind, dass sie niemand sehen kann. Und natürlich auch so leicht, dass es keiner merkt, wenn er sie tragen muss. Und wenn sich dann einmal eine Schar unter ihnen an die Kleider eines Menschen hängt, so schleppte sie mit sich fort, ohne dass er selbst auch nur die geringste Ahnung davon hätte. Doch diesmal war es der Wind, weil der Wind gerade so günstig für sie wehte. Und der Wind ist schnell, und dem Nu hatte er sie hinübergetragen. Der alte Doktor aß eben zum Mittag, gerade wieder sein Leibgericht, Champignons und Trüffeln, da kam ein Bauer und holte ihn. Der Bauer hatte eine kleine Tochter, die war krank aus der Schule gekommen, mit starkem Nasenbluten und heftigem Kopfschmerz. Am anderen Tage war sie auch heise geworden und hatte Husten gekriegt, und zugleicher Zeit hatten ihr die Augen getränt und waren rot unterlaufen, und ihre Nase war ganz verschnupft gewesen. Da hatten denn die Eltern gemeint, sie habe sich wohl stark erkältet, und hatten sie wieder ins Bett gelegt und ihr Ei und Zucker und heißen Fledertee gegeben. Das hatte aber gar nichts verschlagen, und ein paar Tage nachher hatte sie auch noch gefiebert und war im ganzen Leibe ganz bunt geworden von lauter kleinen, blassroten Flecken. Und da hatte denn die Frau gemeint, sie müssten wohl doch lieber den Doktor holen. So haarklein erzählte ihm alles der Bauer, und der alte Doktor sagte, setzte den Hut auf und ging mit. Als er das kleine Mädchen nur gesehen hatte, wusste er auch schon Bescheid und nannte es gleich wieder beim rechten Namen Mukor Mukedo, sagte er. Das ist der Masernpilz, der hat's besonders auf die Kinder abgesehen. Ah, die verfluchten Pilze! Wo mag die Kleine sich den Mikrokokos nur hergeholt haben? Gewiss ist die Luft wieder voll davon, die geringste Kleinigkeit ist genügend. Wenn ein Kind sie einatmet und individuell zu dieser Krankheit disponiert ist, so hat es sie weg. Und durch die Lunge kommt sie ins Blut, und durch das Blut wieder in die Haut, und da haben wir die Bescherung. Laute, kleine, blassrote Fleckchen, alles Pilze, die vom Schimmel kommen. Mukor Mukedo. Ja, der verfluchte Schimmel. Vom Schimmel? sagte der Bauer erstaunt und wollte's gar nicht glauben. Er hatte nämlich zufällig einen Schimmel im Stall, einen prächtigen Apfelschimmel, den ihm schon der Doktor einmal abkaufen wollte, und er meinte nun, dass der Doktor diesen meinte. Hatte aber da einer sehen sollen, was der Doktor für Augen machte, als er merkte, was der Bauer meinte. Ach, was Schimmel! sagte er. Ich meine nicht den Apfel, sondern den Masernschimmel, auf welchem sich der Pilz bildet, von dem die Masern kommen. Ah, die verfluchten Pilze! Und da dachte der Bauer, oh, nun weiß ich Bescheid. Er sagte aber nichts mehr, sondern dachte seinen Teil, und der alte Doktor hatte ja eben Pilze gegessen und gewiss wieder Leibweh davon bekommen. Und nachher musste er nach der Stadt, um Medizin zu holen, und alle Fenster in der Stube, wo das kranke Kind lag, wurden dicht verhängt. Der alte Doktor war eben erst wieder zu Hause, als auch schon ein anderer kam, um ihn zu holen. Und das war der Nachbar Johannsen. Zum ersten Mal in seinem Leben holte Nachbar Johannsen den Doktor. Und da riss denn freilich der Doktor die Augen noch viel weiter auf, als über den Bauern mit dem Schimmel. Und Nachbar Johannsen war ganz betrübt. Sein kleines Lähnchen war plötzlich krank geworden. Und was krank sein bedeutet, das hat der Nachbar Johannsen ja noch niemals erfahren. Auch bei Lähnchen war es zuerst so angefangen, mit dem Kopfweh. Nachher hatten sich Halsschmerzen eingestellt, und Nachbar Johannsen und seine Frau hatten es ebenfalls nur so leicht genommen und für eine Erkältung gehalten. Es war aber von Tage zu Tage schlimmer geworden, und als nun der Doktor kam, lag das arme kleine Lähnchen schon im heftigsten Fieber. Dabei war sie so heiß wie Feuer, und feuerrot über den ganzen Körper und fantasiert in einem Fort immer nur von dem kleinen Glückspilz, ihrem liebsten Spielkameraden. Der Doktor fühlte ihr nach dem Puls und schüttelte bedenklich mit dem Kopf. Und dann fing er wieder an, Latein zu sprechen und nannte es gleich beim rechten Namen und fluchte auf die Pilze. »Skalatina«, sagte er, »das ist der Scharlach, die verfluchten Pilze. Der ist ebenso klug, wie er türkisch ist und weiß der Teufel, wo dieser Racker sein Nest hat. Aber Pilze sind's doch, das ist sicher, die verfluchten Pilze.« Und Nachbar Johannsen und seiner Frau ging es nicht besser als dem Bauern mit seinem Schimmel. Dass das Scharlachfieber eine Krankheit sei, die von Pilzen her rühre, kam ihnen doch gar zu spanisch vor. Und hätten sie nicht gewusst, dass der alte Doktor ein Pilzfresser sei, so wären sie wohl nimmer daraus klug geworden. Nun aber war es ihnen schon so klar, wie dicke Tinte. Er hatte denn wohl des Guten einmal wieder zu viel genossen und Leibsschmerzen bekommen. Tja, was sollten sie dazu sagen? Also sagten sie nichts. Aber im Stillen bedauerten sie ihn. Noch das alles war nur der Anfang. Und bald kam eine Zeit für den alten Doktor, wo er fast Tag und Nacht nicht mehr aus den Kleidern kam. Die alten, scheußlichen Pilze. Haus bei Haus gab es kranke Kinder und Masern und Scharlach waren in vollem Gange. Es dauerte auch nicht lange, da kam der Tod und hielt eine reiche Ernte. Und was für eine Trauer und Tränen rings bei den armen Eltern. Hat er da zu schimpfen, der alte Doktor, und zu fluchen auf die Pilze. Schlimmer hätten sie aber auch gar nicht wuchern können, als nun im Dorfe. Und mein Nachbar Johannsen war es gerade wie in einem Lazarett. Da lagen sie eins bei dem anderen, all die kleinen Johannsen, und hatten das Scharlachfieber. Und der dicke Müller und seine Frau vergingen fast vor Angst um ihr liebes kleines Söhnchen. Aber auch diesmal konnten ihm die bösen Pilze nichts anhaben. Er war ja ein Glückspilz. Die Fee hatte es gesagt, und wäre er krank geworden oder gar gestorben, so war es ja nicht wahr gewesen. Und Feen lügen nicht. Und Nachbar Johannsen? War der es denn auch noch? Der alte Doktor meinte ja, und der wollte es wohl wissen. Alle seine lieben Kinder wurden glücklich wieder besser. Und draußen hinterm Knick auf der Wiese, da schäumten sie vor Wut. Nun kam der Winter, und dann will es mit den Pilzen nicht so recht mehr gehen. Masern und Scharlach waren vorbei. Über die Wiese wirbelten die Flocken, und wo der Generalstab der Pilze gestanden, war eine leere Stätte. Was ist schneller als die Zeit? Es dauerte nicht lang, da war's Weihnacht. Und als die Kinder sich in den April geschickt hatten, hatten sie auch schon den Storch gesehen. Und da kam der Frühling. Tja, was ist schneller? Bald waren die Bäume wieder grün, und die Blumen blühten, und drüben hinterm Knick auf der Wiese standen auch schon die Pilze. Das neue Müllerhaus war längst wieder bezogen, und aufs Neue hielten sie Kriegsrat, ihr wisst warum. Und über die Straße in der Mühle, da ging's lustig her. Da brannte die Geburtstagstorte vier Lichter und eins in der Mitte. Der kleine Glückspilz war vier Jahre alt geworden. Und Lenchen und ihre Brüder waren gekommen, um ihm zu gratulieren, der dicke Peter und der lange Johannes und die beiden kleinen Zwillinge Hans und Jakob. Das waren so die Kleinen von Nachbar Johannsen. Die Großen, Theodor und Gottlieb, passten nicht mehr dazu. Sie sollten im nächsten Jahre konfirmiert werden und mussten fleißig zur Schule gehen. Selbst der lange Johannes war eigentlich schon zu groß und passte auch nicht mehr so recht dazwischen. Aber er spielte noch so gern und war sanftmütig und ließ sich alles gefallen. Und für Schokolade und Geburtstagskringel ließ er sein Leben. Da hatte denn die Mutter gesagt, geh nur mit, Johannes, und pass mir hübsch auf die Kleinen und sieh mir auch nach dem Dicken, dass er artig sei und mir die anderen nicht necke. Sie wusste es wohl. Bruder Peter war ein Ausbund und die Kleinen hatten oft ihre liebe Not mit ihm. Und der lange Johannes hatte sich das nicht zweimal sagen lassen und so war er denn auch mit zu dem Geburtstag gekommen. Als nun die Schokolade alle und der Kringel verzehrt war, ging's nach der Koppel hinter Nachbar Johannsens Garten. Da wollten sie spielen und da war es auch prächtig, Platz im Überfluss und nichts als Blumen. Es waren lauter dicke Stiefmütterchen und die ganze Koppel schimmerte in violetter Farbe. Der dicke Peter war der Erste durch die Pforte. Sie wollten Soldaten spielen, das war sein Leben. Und als nun auch die anderen kamen, knackte er schon im Zaun herum und brach die Flinten. Aber wo war der Feind? Die Soldaten müssen doch auch in den Krieg und zum Krieg gehören die Feinde. Aber die Feinde fehlten. Ja, hätten sie's nur gewusst und sie gekannt, sie wären auch um die Feinde nicht verlegen gewesen. Dafür hatte der Generalstab gesorgt, hinterm Knick auf der Wiese. Sie waren schon da, ehe noch die Kinder gekommen waren, ringsumher zwischen den blauen Blumen in großer Anzahl über die ganze Koppel hin. Und ein jeder ebenso rund und dick wie der dicke Peter, aber viel kleiner und von schwarzer, garstiger Farbe. Und als sie nun das kleine Geburtstagskind so lustig und fröhlich zwischen den anderen sahen, da schwollen sie an und wurden noch viel dicker und runder aus lauter Hass und Grimm gegen das Kind. Und still und lautlos standen sie da, jeder auf seinem Posten und taten gierig das Ein, auf den sie es alle abgesehen hatten. Aber für diesen und seine Spielkameraden fehlten die Feinde. Und die Kinder wollten ja Soldaten spielen und nun die Feinde fehlten, machten sie sie sich selber. Das war leicht, der dicke Peter schaffte Rat. Bruder Johannes wurde Major und die beiden Zwillinge wurden sein Regiment. Und da standen dann die Feinde. Und Lenchen und der kleine Glöckspilz sollten sie angreifen, diese kommandierte Peter. Und nun begann die Schlacht. Das war ein lustiges Spiel. Bald schoss der eine und bald schoss der andere und piff-paff ging es hüben und rüben. Aber mit den Flinten hatte es leider einen Haken. Wenn sie auch knallten, so gaben sie doch keinen Dampf und es wollte immer noch keiner stürzen. Darüber kam nun der dicke Peter ganz außer sich vor Wut und stampfte grimmig auf die Erde. Und siehe da, als er es tat, qualmte nur so der schwarze Dampf unter seinem Fuß hervor, gerade als ob er mit dem Stiefel geschossen hätte. Überrascht hielt er inne und hob den Fuß in die Höhe. Und da lag ein schwarz-graues Ding wie ein kleiner, breitgedrückter Ball und dicht dabei stand ein zweiter noch rund und voll und zum Platzen geladen. Und den hob der dicke Peter auf und warf seine Flinte beiseite. Und nun drückte er los, dass der schwarze Dampf nur so davon postete. Und als Johannes das sah und die Zwillinge und Lenchen und der kleine Glückspilz, warfen auch sie ihre Flinten weg und suchten sich solche Bälle. Und bald waren alle Taschen voll davon und dann marschierten sie aufeinander los und gaben Feuer. Und es war ordentlich, wie eine Schlacht mit Pulverdampf. Und in den Händen der Kinder und zwischen den Blumen am Boden freuten sich die kleinen, kleinen, hässlichen Bälle wie kleine, schwarze Kobolde. Ja, kein Wunder auch, dass sie sich freuten. Es waren ja Menschen, ihre Feinde, die nach ihnen griffen, und gerade der darunter, auf den sie vor allem es abgesehen. Und wenn es ihnen glückte, was sie im Sinne hatten, gewiss, er würde diesen Geburtstag in seinem ganzen Leben nicht wieder vergessen. Aber Lenchen hatte bald genug davon. Sie trug eine schneeweiße Schürze und die beiden Zwillinge hatten ihr die hübsche Schürze ganz schmutzig geschossen. Darüber wurde sie böse und warf die alten, schwarzen Bälle wieder weg. Der kleine Glückspilz war glücklicher gewesen. Ihm hatte noch keiner so dicht auf den Pelz gebrannt, aber er hatte doch auch sein sonntägliches Zeug an. Und als er sah, dass Lenchen keine Lust mehr hatte, hatte auch er sie nicht mehr. Und er und Lenchen fingen an zu retirieren, und machten sich aus dem Staube. Desto grämiger gingen aber die anderen aufeinander los. Drei gegen ein, da hatte der dicke Peter was zu tun. Er kämpfte aber so ungestüm, dass er doch die Schlacht gewann. Als er nun den langen Johannes gefangen nahm, wollte er ihm auch keinen Pardon geben und schoss ihm so gerade ins Gesicht, dass ihm der dicke Dampf nur so um die Nase zog. Und Johannes wusste gar nicht, was ihm passiert war. Er schrie laut auf und kniff die Augen zu, und sie brannten ihm wie hellisches Feuer. Da war guter Rat teuer. Der dicke Peter hatte wieder einmal einen dummen Streich gemacht und rief Lenchen. Aber Lenchen wusste auch keinen Rat, und Johannes rannte nach Hause und heulte entsetzlich. Es war auch schlimm genug. Alles waschen wollte nichts helfen. Und Nachbar Johansson holte den Doktor. Zum zweiten Mal in seinem Leben. Als der Doktor kam, hatte er es auch bald heraus. Johannes sagte, dass Bruder Peter es getan, und Bruder Peter hatte noch beide Taschen voll und musste beichten. Ei, ei, sagte der Doktor und nahm dabei einen zwischen die Finger und drückte den schwarzen Rauch daraus. Und dann sprach er wieder Latein und nannte es gleich beim rechten Namen. Bofista Blumbea, sagte er, das ist der Bauchpilz, und was er da in die Augen gekriegt, das ist sein Same. Die verfluchten Pilze! Und diesmal glaubten's noch bei Johannsen und seine Frau doch auch, dass die Pilze Schuld hatten. Denn sie kannten sie beide recht gut noch von ihrer Kindheit er und hatten's damals auch schon oft gehört, dass einer blind werden könne, wenn er etwas davon in die Augen kriegte. Und der lange Johannes war's auch geworden, und der Doktor besuchte ihn jeden Tag und fluchte auf die Pilze. Aber alles Fluchen und alle Salben, die er verschrieb, wollten doch nichts helfen. Der lange Johannes wurde nicht wiedersehend, und die bösen Pilze hatten ihn wirklich geblendet. Das waren die Blindmacher, aber den Rechten hatten sie doch nicht getroffen, der kleine Glückspilz war glücklich davongekommen. Und nachbar Johannsen und seine Frau waren trostlos über den Arm Johannes, und auf der Koppel mit den blauen Blumen ging nachbar Johannsens Pflug, und alle Pilze wurden lebendig begraben. War der arme Johannes auch blind? Die Bauern im Dorf hielten Nachbar Johannsen doch noch immer für einen Glückspilz. Der alte Doktor aber dachte anders. Was nützen ihm als einem blanken Taler, dachte er? Ein paar andere Augen kann er seinem Kind doch dafür nicht kaufen. Und die Pilze auf der Wiese schworen grimmige Rache, vor allem dem kleinen Glückspilz, um dessen Willen nun auch die Blindmacher ein so schmähliches Ende gefunden hatten. Und wiederum mussten die Kleinen vor, die ganz Kleinen, aber noch viel schlimmerer als die anderen. Sie waren gleichzeitig mit diesen gegen die Menschen in den Krieg gezogen. Da ihnen aber die Landluft nicht behagte, hatten sie sich die Stadt gewählt, und in dieser wieder die engsten und schmutzigsten Gassen wo sie in den niedrigen und dumpfen Wohnungen der Armen entsetzlich wüteten. Als sie nun den Befehl erhielten, den kleinen Glückspilz zu ermorden, machten sie sich eiligst bereit. Aber der Wind wehte nicht günstig, und nun waren's die Menschen selber, welche sie tragen mussten. In dem Dorf, wo der kleine Glückspilz wohnte, war auch ein Schneider. Der hatte einen Bruder in der Stadt, und der war gestorben. Da musste denn der Schneider zum Begräbnis und erbte den ganzen Nachlass, Rock, Hose und Weste und auch noch ein paar Stiefel. Das war alles. Rock und Weste waren aber schon ziemlich mitgenommen, und die Stiefel auch. Die Hose dagegen war noch gut erhalten. Das sah der Schneider gleich, und es war ein Prachtstück. Bunt kariert und nach dem neuesten Schnitt. Und wie die Schneider sind, kam zu Hause, wurde auch die Hose des verstorbenen Bruders schon seine Sonntagshose. Und so oft er bestellt wurde, seinen Kunden das Maß zu nehmen, tat er es niemals ohne diese. Die verhängnisvolle Hose. Wer könnte es ahnen, welches Unglück sie über das ganze Dorf bringen sollte. Da schickte Nachbar Johannsens Frau zum Schneider. Er möchte doch so bald wie möglich kommen, ihrem Manne das Maß zu nehmen. Und da kam der Schneider in seiner karierten Hose. Nachbar Johannsen sollte er einen neuen Anzug haben, aber ehe noch der Anzug fertig war, wurde Nachbar Johannsen krank. Und der Schneider wurde auch krank, und beide mussten sich legen. Kein Essen wollte ihnen schmecken, und schlafen konnten sie auch nicht, und bald stellte sich Kopfweh und Fieber ein. Und nach wenigen Tagen war es schon so schlimm, dass sie beide zum Doktor schicken mussten. Hm, hm, sagte der alte Doktor sowohl bei Nachbar Johannsen als auch beim Schneider. Das ist eine schlimme Geschichte. Und sowohl bei Nachbar Johannsen als auch beim Schneider rief er die Frauen allein. Denn die Kranken sollten es gar nicht wissen, was ihnen fehle, und dort wie hier sprach er gleich wieder Latein und nannte es beim rechten Namen. Schon wieder die Pilze, sagte er, die verfluchten Pilze, und sogar zwei für einen, Rhizopus nigricans und Penicillium crustaceum. So heißen die kleinen Übeltäter, und der Mikrokokos hat uns nun den Typhus gebracht. Die beiden Frauen hatten nichts davon verstanden, als das Wort Typhus. Das genügte aber auch schon, sie aufs Höchste zu erschrecken. Und der alte Doktor zerbrach sich vergeblich den Kopf damit, woher der Mikrokokos zu dieser Krankheit wohl so urplötzlich gekommen sei. Denn im Dorfe und in der ganzen Umgegend war im letzten Jahre auch nicht ein einziger Typhuskranker gewesen, und nun mit einem Male zwei? Das war doch sonderbar! Hätte er nur die Geschichte von der Hose gekannt, so würde er vielleicht darauf gekommen sein. Aber die kannte er ja nicht. Und Nachbar Johannsen und der Schneider wurden sehr krank. Sie lagen viele Wochen ganz ohne Besinnung in fortwährenden Fieberfantasien, und der alte Doktor besuchte sie Tag und Nacht und fluchte auf die Pilze. Und um dieselbe Zeit, als der Nachbar Johannsen und der Schneider so krank waren, bekam der dicke Müller einen neuen Gesellen. Der war aus der Stadt gekommen, da hatte zuletzt gearbeitet. Dass er aber seinen Bündel geschnürt und sich auf die Wanderschaft begeben, das hatte seinen guten Grund. Er war nämlich krank gewesen und hatte im Hospital gelegen, und als er wieder entlassen war, hat ihn der Müller in der Stadt nicht wieder in die Arbeit haben wollen. Und auch das hatte seinen guten Grund, er hat ihn nämlich nicht wieder im Hause haben wollen, wegen der bösen, ansteckenden Krankheit, die er gehabt. Und da hatte dann der Geselle gedacht, was einer nicht weiß, macht er ihn nicht heiß und war in die Fremde gegangen. Und der dicke Müller war so einer, der's nicht wusste, und da ihm gerade ein Geselle fehlte, hat er ihn in Dienst genommen. Aber kaum waren acht Tage vergangen, da sollte es dem dicken Müller mit seinem neuen Gesellen noch schlimmer ergehen, als dem Schneider mit seiner karierten Hose. »Weiß der Kuckuck, was mir in den Knochen steckt?« sagte der dicke Müller zu seiner Frau, als sie gerade beim Mittag saßen. »Aber heute fehlt mir was. Das Essen will mir gar nicht schmecken.« Und damit legte er den Löffel wieder hin. »Desto besser schmeckt es dem kleinen Glückspilz. Der konnte essen für zwei, und eine Stunde später, als die Müllerin mit dem Kaffee kam, bat er seine Mutter schon wieder um ein Butterbrot.« Dem dicken Müller schmeckte aber heute auch nicht der Kaffee, und die Pfeife, welche er sonst immer dabei zu rauchen pflegte, die schmeckte ihm ebenso wenig. Er schüttelte sich vor Frost, und die Glieder waren ihm wie lahm, und dabei hat er die heftigsten Kopfschmerzen. »Das wird das Fieber,« sagte er, und legte sich zu Bett. Und das Fieber war es auch, aber nur nicht das kalte Fieber, welches der Müller meinte, sondern schon in der ersten Nacht ein so hitziges Fieber, dass ihm ganz schwindelig dabei wurde, und es ihm vorkam, als ob er bei lebendigem Leibe gebrüht würde. Schon frühmorgens musste der Doktor her, und als er den dicken Müller so fiebern sah, schüttelte er bedenklich mit dem Kopf und sagte, »Oh, da ist etwas Schlimmes im Anzuge, wenn's nur keine Pilze sind und nur nicht dasselbe wie bei Johannsen und dem Schneider.« Dasselbe war's nun freilich nicht, aber Pilze waren's doch. Der alte Doktor war ja ein Pilzfresser. Er hatte eine viel zu scharfe Nase und witterte sie schon aus der Ferne. Sie ließen auch nicht lange auf sich warten, am vierten Tage waren sie schon da, und als der alte Doktor seinen Kranken besuchte, prallte er vor Überraschung zurück und hatte nicht im Traume erwartet, eine solche Entdeckung zu machen. Dem dicken Müller war das ganze Gesicht voll kleiner roter Fleckchen, ganz so, als ob es der Tummelplatz für unzählige Flöhe gewesen wäre. Und als der Doktor die Decke zurückschlug, waren Brust und Arme schon ebenso, und auch der Leib und die Beine fingen bereits anbunt zu werden. Der dicke Müller wusste schon gar nicht mehr, was um ihn vorging, da brauchte denn der alte Doktor die Müllerin auch gar nicht erst allein zu rufen, um ihr zu sagen, was dem Müller fehle. Dass es aber etwas sehr Schlimmes sein müsse, das merkte sie sogleich, denn er machte ein gar zu ernsthaftes Gesicht. Meine liebe Frau, sagte er, erschrecken Sie sich nicht, mit Ihrem Manne steht es schlimm, sehr schlimm, die verfluchten Pilze, ihr armer Mann hat den Mikrokokos der Toruler Rufeszins eingeatmet und die roten Fleckchen, welche er überall schon im Gesicht hat, werden die blattern. Ach, die arme Müllerin, welch eine Hiobspost, sie fiel beinahe in Ohnmacht. Was half das all? Der alte Doktor wollte es wohl wissen und als er sah, wie er die hellen Tränen nur immer so über die Backen liefen, blieb er noch einige Zeit da und tröstete sie. Ihre nächste Sorge war ihr Kind, der kleine Glückspilz. An sich selbst hatte sie noch gar nicht gedacht. Das hatte aber für sie schon der Doktor getan. Er war fortgerannt und hatte sich Lymphe geholt und sie dann geimpft und als sie ihm darauf von dem Kleinen gesagt, hatte er sie nach ihren Verwandten und guten Bekannten gefragt und ihr geraten, ihn lieber auf einige Zeit gänzlich aus dem Hause zu schicken. Auf solchen Einfall war sie in ihrer Herzensangst noch gar nicht gekommen und damit hatte der Doktor ihr wirklich einen schweren Stein vom Herzen genommen. Sie hatte eine Schwester, die einen Bauern hatte, der im anderen Dorf verwohnte und an diese schrieb sie und bat sie so schnell wie möglich herüber zu kommen, um ihren kleinen Sohn zu holen und schon am anderen Tage war sie gekommen und der kleine Glückspilz über alle Berge. Der alte Doktor aber zerbrach sich vergeblich den Kopf damit, wo sich wohl der dicke Müller die Blättern geholt. Doch der neue Geselle in der Möhle blieb rassierten Typhus und Blattern und ja, die Blattern sogar in der Möhle. Und der alte Doktor kam wieder Tag und Nacht nicht aus den Kleidern und viele mussten sterben. Aber die Pilze erreichten doch nicht ihren Willen. Es hatte ihnen einer einen Strich durch die Rechnung gemacht und gerade ihr Tod feind der alte Pilz frisser. Und wieder war der Storch von dann gezogen und der Generalstab der Pilze hatte sich wieder verkrochen. Und wieder kam der Winter und nach dem Winter der Frühling und mit dem Frühling wieder der Storch und die Pilze auf der Wiese. Und Typhus und Blattern waren längst nicht mehr im Dorfe. Der alte Doktor hatte sein Möglichstes getan und der Winter hatte ihm Wacker mitgeholfen. Denn im Winter geht es den Pilzen wie den Franzosen und der Gambetta. Dann erfrieren sie und mit ihren Kriegsführern ist zu Ende. Und noch bei Johannsen und der dicke Müller waren längst wieder besser. Und bei Vater und Mutter im neuen Müllerhause war schon längst wieder der kleine muntere Glückspilz zu sehen. Die alten Pilze aber hinterm Knick auf der Wiese brüteten aufs neue Verderben. Und so recht mitten im Sommer, als die Blumen blühten und die Bienen schwärmten, hatte der Generalstab seinen neuen Feldzugplan wieder fertig. Es war ein herrlicher Sommertag. In Nachbar Johannsens Garten spielte der kleine Glückspilz mit dem kleinen Johannsen. Auch der lange Johannes war wieder dabei und freute sich über den warmen Sonnenschein, den er doch fühlen konnte, wenn er ihn noch nicht mehr sah. Nur der dicke Peter fehlte. Der schwitzte in der Schule und die anderen freuten sich, dass er nicht da war. Der kleine Glückspilz und Nachbar Johannsens Lähnchen bauten sich ein Haus. Darin wollten sie wohnen. Die beiden kleinen Zwillinge waren ihre Pferde und mussten das Bauholz diente für die Kost, weil er blind war. Und da stand das Haus auch schon, fertig war es. Und seine Fahne stand auch darauf, das war ein Stock mit Linchens Taschentuch und Linchen hatte sogar ein Kranz gemacht und Johannes eine Rede gehalten. Und die beiden kleinen Pferde hatten Hurra geschrien. Der Bauherr aber und seine Frau waren der kleine Glückspilz und Linchen gewesen. Die hatten sie leben lassen. Als nun das Haus fertig war, kamen ordentlich die Hühner und besahen es sich. Der alte Hahn wollte sogar hineinspazieren, er hielt es wohl für einen Hühnerstall. Aber die Spatzen im Buschberg riefen Jipp Jipp und da kehrte er um und die Hühner auch, denn nun gab es Futter und Jipp war auch bei Johannsen, das riefen die Spatzen immer, wenn er mit Futter kam. Nun aber die Hühner essen sollten, fiel es Lenchen ein, dass sie die Frau im Hause war. Es war ja Richtfest heute, da musste doch auch ein Richtschmaus sein, gerade so wie damals, als das neue Müllerhaus gerichtet worden. Aber kein Richtschmaus ohne bunten Mehlbeutel und kein Mehlbeutel ohne Mehl. Und Lenchen schickte den Knecht mit seinem Fuhrwerk nach der Mühle, die war nicht weit davon im Wall, wo die Sonne den Sand malte und den kleinen Glückspilz schickte sie fort, um die Schüsseln zu holen. Das waren allerlei Topfscherben, die hinterm Buschberg lagen, da, wo die Spatzen Jipp riefen. Aber wo die Spatzen Jipp riefen, da war auch noch etwas anderes, und so was Prächtiges hatte der kleine Glückspilz noch niemals gesehen. Lauter schöne Kuchen mit feuerrotem Johannisbeersaft darüber, der weiße Zucker lag nur so dick darauf gestreut, dass sie bunt waren wie Hermelin. Wie die Fliegen dabei herumsummten, gewiss, die mussten süß sein. Der kleine Glückspilz dachte gleich an Lenchen und an den bunten Mehlbeutel, und hätte er nicht so viel von ihr gehalten, so hätte er wohl gleich einmal hineingebissen. Aber nun ließ er es doch hübsch bleiben, man suchte schnell die Schüsseln, grüne und gelbe und in allerlei Farben, und auch eine große weiße fand er, und in diese legte er behutsam die schönen Kuchen und brachte sie Lenchen. Und Lenchen meinte, auch so schöne Kuchen hätte sie ihr Lebtag noch nicht gesehen, und nun gebrauche sie nicht einmal Korinthen und Rosin und auch das Mehl von der Mühle gebrauche sie nicht, denn die wären ja schon so bunt, wie ein bunter Mehlbeutel, und wenn sie die zusammenrührte und kochte, so müsste der schönste bunte Mehlbeutel daraus werden, den man sich denken konnte. Und Lenchen kochte ihn, und der Tisch ward gedeckt und das Essen darauf. Aber der blinde Johannes war mit seinem Fuhrwerk noch immer nicht von der Mühle zurück. Da musste der kleine Glückspilz hin, ihn zu holen. Aber der kleine Glückspilz kam auch nicht wieder, und nun ging Lenchen selbst und fing ordentlich zu schelten an, gerade wie ihre Mutter, wenn das Essen schon auf dem Tische stand und noch bei Johannsen noch nicht da war, oder sich der dicke Peter noch auf der Straße herum trieb. Lenchen kam auch nicht wieder. Die beiden kleinen Zwillinge hatten ein Vogelnest gefunden, und nun standen sie alle herum und betrachteten die hübschen Eier. Da wollte es der Zufall, dass der dicke Peter in den Garten trat. Er war eben aus und als er nun das kleine Haus fand und den bunten Mehlbeutel auf dem Tisch, war niemand, der ihn essen wollte, meinte er, dann könne er es ja tun. Denn das Essen wäre ja doch zum Essen da, und Lenchens Mehlbeutel, die hat er immer gern gemocht, so oft die Mutter ihr Kuchen gegeben, einen zu kochen, und so oft ihn Lenchen davon hatte schmecken lassen. Er ließ sich denn auch gar nicht erst nötigen, sondern setzte sich gleich zu Tische und langte wacker zu. Und als er so recht dabei war, kamen auch noch die Hühner zu Lungern. Aber das war ihm gerade recht. Er brachte es doch nur bis zur Hälfte. So schön als sonst wollte ihm Lenchens Mehlbeutel heute doch nicht schmecken. Und das andere kriegten die Hühner. Wie der dicke Peter schlau war. Die Hühner, dachte er, haben ja immer Hunger. Und wenn ich fort bin, so fallen sie noch über die Schüsseln her. Und dann denkt keiner an mich. Und die Hühner kriegen die Schuld. Und kaum war aus dem Hause, da sprang auch schon die Hühner auf den Tisch. Und der alte Hahn kratzte dazwischen herum, dass all die Teller und Schüsseln nur so herunterflogen. Die anderen standen noch immer um das Vogelnest und betrachteten die hübschen Eier. Nun war auch der kleine Vogel gekommen, der war ganz gelb und saß oben auf dem Wall und rief immer Kripp, 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 den Spitzpuff. Kripp, 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 den Spitzpuff. Aber das verstanden sie nicht. Der Spitzbub war auch schon lange über alle Berge. Nur die Hühner kratzten noch immer auf dem Tisch herum und als endlich Lenchen und der kleine Glückspilz und Johannes und die Zwillinge wieder ans Haus kamen und der Schmaus nun vor sich gehen sollte, stoben auch die Hühner davon. Und die Hühner kriegten die Schuld und mussten dafür büßen. Aber die Hühner nicht allein, denn Unrechtes Gut gedeiht nicht. Und gestohlenes Essen gehört auch mit dazu. Ja, was der dicke Peter da von dem Mehlbeutel genossen, brachte ihm ganz etwas anderes als Gedeihen. Es dauerte nicht lange, so bekam er entsetzliche Leibschmerzen und krümmte sich wie ein Regenwurm. Und je mehr er sich krümmte, desto schlimmer wurde es, so dass er zuletzt gar nicht mehr es aushalten konnte. Bald lag er an der Erde, bald lief er wie besessen umher und dabei schrie er, nicht bloß die anderen aus dem Garten darüber herbeikamen, sondern auch nach bei Johannsen und seiner Frau aus der Stube. Und er wurde kreideweiß um die Nasen. Und der dicke Schaum stand ihm immer nur so auf den Lippen und er schrie in einem fort. Au, au, mein Leib, mein Leib. Und seine Mutter brachte ihn gleich zu Bett und legte warme Tücher auf seinen Leib. Aber das wollte alles nicht helfen und Nachbar Johannsen musste wieder zum Doktor. Es dauerte auch nicht lange, da war der alte Doktor auch schon wieder auf der richtigen Spur. Er merkte es gleich, dass Peter etwas Schlimmes gegessen haben musste und fragte ihn, was es gewesen sei. Da musste denn Peter mit der Sprache heraus und als die anderen hörten, dass es ihr Mehlbeutel gewesen sei, wurden sie ordentlich böse. Und sie würden ihn sicherlich ausgescholten haben, hätte sich nicht gerade wieder so furchtbar gekrümmt und dabei immer Au, au, mein Leib, mein Leib geschrien. So war der Doktor denn schon glücklich auf der Spur und nun musste Lenchen herhalten. Denn zunächst musste er wissen, woraus sie den Mehlbeutel gekocht habe. Und Lenchen sagte natürlich aus schönen roten Kuchen, die mit Zucker bestreut gewesen waren. Und als der Doktor hörte, wer sie ihr gegeben, musste endlich auch noch der kleine Glückspilz vorspred. Und nun nahm ihn der Doktor bei der Hand und er musste mit ihm nach dem Buschberg, um ihm die Stelle zu zeigen, wo er sie gefunden habe. Und die Spatzen riefen wieder, denn sie hielten den alten Doktor für Nachbar Johannsen, aber von den Hühnern rührte sich keins. Sie lagen zerstreut umher mit ausgestreckten Beinen und nur in dem alten Hahn war noch etwas leben. Aber er lag auch schon im letzten und krümmte sich gerade wie der dicke Peter. Das war verdächtig, sehr verdächtig. Und als der kleine Glückspilz erzählte, dass auch die Hühner mit von dem Mehlbeutel gegessen hätten, wurde dem Doktor die Sache immer bedenklicher. Aber nun waren sie da, wo der kleine Glückspilz die Kuchen gefunden hatte. Und siehe da, er hatte sie gar nicht einmal alle mitgekriegt. Denn einige standen noch etwas tiefer unter dem Busch hinein, und der alte Doktor wurde sie gleich gewahr und lief so schnell er nur konnte wieder ins Haus zurück. Jetzt wusste er genug und nannte es auch gleich wieder beim rechten Namen. Agaricus Musicarius. Ja, das ist der Fliegenschwamm, die verfluchten Pilze. Und Nachbar Johannsen und seine Frau wussten gar nicht, was sie dazu sagen sollten. Aber der arme Peter war vergiftet, kein Wunder, dass er sich so krümmte und immer nur au, au, mein Leib, mein Leib schrie. Er bekam nun gleich warme Milch zu trinken und der Knecht musste ein Pferd satteln und mit dem Rezept nach der Apotheke reiten. Der alte Doktor hatte etwas zum Brechen verschrieben, eine ganze Schachtel voll Pulver. Aber es dauerte lange, ehe der Knecht wiederkam, denn die Apotheke lag in der Stadt und der arme dicke Peter kriegte die Schachtel nicht einmal leer. Schon am Abend lag er wie die Hühner stumm und still und mit ausgestreckten Beinen. Der böse Fliegenschwamm hatte ihn vergiftet und er war gefallen wie eine Fliege. Ja, da gab's denn viel Trauer und Herzeleid bei Nachbar Johannsen und den Sein. Auch der Müller und die Müllerin waren sehr betrübt darüber und als der kleine Glückspilz sah, dass Lenchen weinte, fing er auch an. Und Freudentränen waren sicherlich nicht. Die können Kinder noch gar nicht weinen. Und doch hätte sie wohl meinen können, dass er und Lenchen und all die anderen so glücklich davon gekommen. Einige Tage später wurde Peter begraben. Da musste dann auch der Doktor mit. Und als der Sarg in der Erde war und die Leute den Hut abnahmen, tat es der alte Doktor auch. Und in seinen Hut hinein murmelte er die verfluchten Pilze. Aber hatte Nachbar Johannsen auch ein Kind verloren und hatte er eins, das blind war, die Bauern hielten ihn doch immer noch für einen Glückspilz. Wer hat viele Kinder, dachten sie, und sollte nicht mal eins davon verlieren. Das passiert so manchem. Aber die Hauptsache sei doch immer der gespickte Beutel. Ein so reicher Mann wie Nachbar Johannsen könne wohl lachen, und der Starch könne ihm für das verlorene Kind ja noch immer eins wieder bringen. So dachten die Bauern, zuerst die blanken Thaler und dann erst die Kinder. Und der Bauer ist zäh, was er einmal glaubt, das lässt er so leicht nicht wieder fahren. Nun war es Herbst. Die Pflaumen fingen an, sich in ihr duftiges Kleid zu hüllen, und hier und da flatterte schon ein gelbes Blatt von den Bäumen. Hinterm Knick auf der Wiese stand noch immer der Generalstab der Pilze, wütend, dass er wieder ein seiner stattlichsten und grimmigsten Anführer, den hübschen Giftmischer verloren, und rache schnaubend gegen den unschuldigen kleinen Glückspilz und den alten Doktor. Sterben sollte er doch, sterben auf jeden Fall. Und ihr Todfeind, der alte Pilzfresser, nicht minder. mussten die Kleinen vor, die ganz Kleinen, und diesmal die Schlimmsten von allen, es waren die Letzten, welche sie noch hatten, aber auch so grimmige und unbarmherzige kleine Mordgesellen, dass schon der Gedanke an sie ihre Feinde, die Menschen mit Angst und Grausen erfüllte. Aber sie waren weit, weit weg, und es konnte immerhin noch einige Zeit darüber hingehen, bis sie wusste der alte Doktor schon, denn er steckte abends gar mal seine Nase in die Zeitung, und da hatte sie gewittert. Nun freilich, aus der Zeitung konnten sie wohl nicht kommen, und wären sie gar in der Zeitung gewesen, so hätte er auch gewiss nicht seine Nase hineingesteckt. Aber so eine Zeitung gibt ja Nachricht über alles, und da hat es dann auch gestanden mit großen Buchstaben. PR Telegraph, wie man so sagt, dass sie sich schon auf die Reise begeben, und dass es Zeit sei, auf sie aufmerksam zu machen und sich auf den Kampf mit ihnen zu rüsten. Willst du Frieden, so bereite dich auf den Kampf vor, dachte der alte Doktor. Und aus der Stadt ließe sich ein ganzes Fuder von Waffen kommen, die er später, wenn Not an den Mann käme, seinen Kunden wieder überlassen wollte, natürlich für den Einkaufspreis. Und die Bauern, welche den Wagen sahen und nicht wussten, was es zu bedeuten hatte, machten den Hals lang und sich gar wunderbare Gedanken darüber. Es war nichts als lauter Tonnen, das ganze Fuder, die alle in des Doktors großen Keller kam. Und da die Bauern wussten, wie gern der alte Doktor die Pilze mochte und wie oft er sie aß, glaubten die meisten, dass sie voll seien von Champignons und Trüffeln, die er sich für den Winter verschrieben und gekauft habe. Und hatten sie ihn recht verstanden, so war es auch so, denn als einer ihn danach gefragt, hatte er geantwortet, zur Desinfektion für die Pilze. Also Pilze, hatten sie gedacht, und Desinfektion, das sei denn wohl so etwas Gesalzenes oder Eingemachtes, was wir die Kaufleute mariniert nannten bei den Heringen. Und wieder hatte der alte Doktor Champignons gegessen und als er satt war, die Nase in die Zeitung gesteckt. Und was er da gelesen musste nichts Gutes sein, denn er hat sie unwillig hingeworfen und ging in großer Erregung auf und nieder in seiner Stube. Und dabei fluchte er auf die Pilze, gerade als ob er zu viel gegessen und wieder Leib Schmerzen hätte. Und hätten's die Bauern gesehen, gewiss, sie hätten's gedacht, denn sie wussten, was er im Keller hatte. Aber nicht im Leibe saß es ihm, sondern im Kopf. Es verdross und ärgerte ihn, was er da soeben gelesen, und von den Pilzen war es den ganz kleinen, die nun schon so nahe waren. Einen entsetzlichen Sprung hatten sie gemacht, über hundert Meilen, und ihre Vorposten und Quartiermacher hatte man schon in der Stadt bemerkt, wo der Mann wohnte, der die Zeitung schrieb, und wo der Schneider erst im vorigen Jahre seinen Bruder begraben und der Geselle des Deckenmüllers im Hospital gelegen. Und gerade im Hospital hatten sie schon einige ermordet, und auch diesmal war es wieder ein Mensch, ihr Feind gewesen, der sie getragen hatte. Da war ein armer Mann gekommen, weit her aus Russland, der einen Bruder in der Stadt hatte, dem es nicht gut ging und bei dem er bleiben sollte. Und der arme Mann hatte sie mitgebracht. Und nichts hat er davon gewusst, auch nicht das aller geringste. Aber kaum war er angekommen, da hat er es auch schon gemerkt und war übel und krank geworden. Ja, und wie alte Männer sind, hat er immer Au und Weh und Au Weih geschrien und sich gekrümmt, gerade wie der dicke Peter, als er das Gift im Leib hatte. Und eine sehr gefährliche Krankheit muss es gewesen sein, denn der Arzt, welchen der Bruder des armen Mannes gleich hatte kommen lassen, hat ein gar bedenkliches Gesicht gemacht und sofort darauf bestanden, dass der Kranke aus dem Hause und ins Hospital geschafft werde. Gleich nachher war er zur Polizei gegangen und hatte Anzeige davon gemacht und noch selbigen Tages hatte der Magistrat eine geheime Sitzung gehalten. Ohne Zweifel, es musste etwas Wichtiges passiert sein. Und mit dem armen Mann musste es eine ganz besondere Bewandtnis haben. Nach wenigen Tagen wussten es auch schon alle Leute und die ganze Stadt war in Furcht und Schrecken. Denn nun waren sie da, die kleinsten und grimmigsten Feinde der Menschen und nicht allein im Hospital, sondern überall schon in der Stadt und besonders wieder in den engsten und schmutzigsten Straßen, wo die Menschen starben wie die Fliegen. Und weiter zogen die kleinen Vorposten und Quartiermacher immer weiter und die Menschen und der Wind mussten sie tragen und nach dem Dorfe, wo der kleine Glückspilz wohnte und der alte Doktor musste sein Bauer. Gesund und munter hat er morgens ein Fudertorf in die Stadt gebracht und war abends krank wieder nach Hause gekommen. und und der Nacht war es schon so schlimm geworden, dass der alte Doktor aus den Federn musste. Es musste hohe Not gewesen sein, denn ohne diese holt der Bauer keinen Doktor, am wenigsten in der Nacht, und als der alte Doktor gekommen, da war für den armen Bauer schon kein Kraut mehr gewachsen. Zum Verzweifeln lag er da, wie der arme Mann aus Russland, und seine Stimme war rau und heiser, seine Lunge trocken und brennt verdurst seine Kehle, eisige Kälte über den ganzen Körper, die Augen hohl und glanzlos, die Nacken eingefallen, Lippen und Hände blau, den heftigsten Krampf im Bauch und Waden, Durchfall wie Wasser und fortwährend des Erbrechen, welch ein entsetzlicher Zustand, und langsamer und immer langsamer schlug der Puls, gerade als wenn er schon aufhören wollte zu schlagen. Der alte Doktor brauchte ihn gar nicht erst zu fühlen, er wusste Bescheid, es hätte nicht schlimmer werden können. Was sich machen ließ, wurde getan. Heiße Tücher auf den Leib, warme Krücken ins Bett, große Senfpflaster auf die Waden und warmer Wein und Pfefferminztee, so viel der arme Teufel nur immer schlucken konnte. War alles umsonst. Noch ehe die Hähne kräten, war der Bauer schon tot. Der alte Doktor war außer sich vor Erregung. Was er längst befürchtet, war eingetreten und nun galt es, alles aufzubieten, diesen gemeingefährlichsten und schrecklichsten aller Menschenfeinde zu besiegen. Schon frühmorgens ging er zum Bauer Vogt, der war der Polizeiminister im Dorfe und wenn einer etwas Wichtiges auf dem Herzen hatte, in Polizeisachen und so etwas, dann ging er zum Bauer Vogt. Der Bauer Vogt war erst eben aufgestanden, hatte noch die weiße Zipfelmütze auf dem Kopf und saß gerade beim Kaffee, als der alte Doktor in die Tür trat. Guten Morgen, Herr Bauer Vogt, rief er erschöpft, was für eine Nacht, eine schreckliche Nacht habe ich gehabt, doch die Pilze, die verfluchten Pilze. Der Bauer Vogt kraulte sich im Haar, dass die weiße Mütze ganz schief zu sitzen kam, das tat er immer, wenn etwas Schwieriges vorlag, und was es hier war, hat der Doktor ja schon gesagt, die Pilze, die verfluchten Pilze, und er sagte, ja, ja, es ist nicht leicht aufzuhalten, wenn's gerade am besten schmeckt, aber warum essen der Herr Doktor auch immer des Abends davon, wenn ich es nur nicht sollte, das Zeug kommt mir vor wie Leder und muss wie Blei im Magen liegen. Tja, was aber der alte Doktor für ein Gesicht machte, als er das vom Bauervogt hörte. Ein Glück, dass er Latein konnte, denn hätte es ihm auf Deutsch gesagt, so wird's Lärm gegeben haben. Oh, Sancta Simplicitas, sagte er, das heißt ungefähr so viel als, du lieber Einfallspinsel. Und der Bauervogt schmunzelte dazu, gerade als wenn er's verstanden hätte, und kreulte sich wieder gegen die Mütze und dachte, das ist wohl etwas ganz Apartes gewesen, diese Simplicitas, so eine neue Sorte von Pilzen, worin er sich da gestern Abend verfangen gefressen. Aber wer schrak er, als ihm nun der Doktor erzählte, dass im Dorfe die Cholera sei, und schon einer daran gestorben, er wollte es gar nicht glauben. Ja, ja, sagte der alte Doktor, nichts als Pilze, die verfluchten Pilze. Und nun sprach er wieder Latein und nannte es gleich wieder beim rechten Namen. Ja, aber der ist so kompliziert, den kann ich gar nicht aussprechen. Ja, es war der Cholera Pilz, der ist der schlimmste von allen. Dass der unglückliche Bauer auch den Torf zur Stadt fahren und sich dort den Mikrokokos holen musste, hätte doch lieber gleich eine Flasche Blausäure verschluckt, als diesen asiatischen Meuchelmörder. Es würde schneller mit ihm vorbei gewesen sein und keine so große Gefahr wäre über das ganze Dorf gekommen. Und dann erklärte er dem Bauer Vogt noch, dass die Cholera nur in Asien entstehen könne, weswegen sie auch die asiatische Cholera heiße und dass sie von dort nach Europa eingeschleppt werde. Und die Pflanze, auf welche sich der Cholera-Pilz zuerst bilde, das sei der Reis. Und jedes Mal, wenn die Reisärte in Ostindien missraten, dann breche dort sicher die Cholera aus. Der Reis, fragte der Bauer Vogt erschrocken, hat sie noch gestern Abend gegessen und aus den Reis für sein Leben gern, so mit Milch und Zucker und Kanäle darüber und mit einem Klumpen Butter in der Mitte. Ja, ja, der Reis, sagte der alte Doktor. Aber nicht die Körner, sondern die Blätter, die brüten ihn aus. Und wenn der Reis nicht wäre, so würden wir auch keine Cholera haben. Aber nun muss der Stock herum, dass die Bauern sich versammeln, und noch heute muss der Stock herum, darum bin ich hier. Und noch heute müssen sie vor der Schlacht, denn eine Schlacht wird's geben, und ich will der Anführer und die Bauern sollen die Soldaten sein. Und für die Waffen sorge ich, und dann nur los mit Sturm auf die Pilze. Der Bauervogt kraute sich schon wieder an der Mütze. Was der alte Doktor damit meinte, hatte er noch gar nicht so recht verstanden, aber ihm war zumute, als wenn er die Cholera schon im Magen hätte. Und als der Doktor wieder fort war, nahm er gleich den Stock und schrieb einen Zettel und wickelte ihn darum. Und der Stock ging von Haus zu Haus und auf dem Zettel stand geschrieben, heute Nachmittag Punkt vier Uhr, große Versammlung im Krug von wegen der Cholera. Tja, was die Bauern für Gesichter machten, als sie das lasen, und wie der Krug da voll wurde, als es fiel geschlagen. Nachbar Johannsen und der dicke Müller kamen auch, und der dicke Müller und die Müllerin waren schon in tausend Ängsten um ihren lieben kleinen Glückspilz. Und als sie alle versammelt waren, kam der alte Doktor und hielt eine Rede und erzählte den Bauern alles, was der Bauervogt schon von ihm gehört hatte. Aber die Bauern hatten so ihre eigenen Gedanken darüber, sie wollten es noch gar nicht so recht glauben, und der eine stieß den anderen an und sagte leise zu ihnen, du, sagte er, weißt du nicht, er ist ja ein Pilzfresser und die Pilze kriegen immer die Schuld. Und als er ihnen nun gar den Vorschlag machte, dass ein jeder eine Tonne nehme von all seinen weiß, und was darin sei in Wasser tue und es über den Mistberg und ins Apart gieße zur Desinfektion, wie er sagte, gegen die Cholera-Pilze, ja, da glaubten sie es erst recht nicht. Und der eine hatte keine Lust und der andere nicht, wie er meinte, seinen Mistberg einzusalzen. Und der eine nahm seine Mütze und der andere tat es auch. Und im Augenblick hatten die Nur Nachbar Johannsen und der dicke Müller und der Bauer Vogt bestellten sich jeder eine Tonne. Und als der alte Doktor wieder nach Hause ging, fluchte er zur Veränderung mal auf die Bauern und sagte ärgerlich, wenn der Bauer nicht muss, rührt er weder Hand noch Fuß. Aber nun brach die Cholera aus und schon am nächsten Tage waren zwei andere Bauern davon befallen. Da holten sich drei jede eine Tonne aus des Doktors Keller und taten es ins Wasser und begossen ihre Düngerhaufen unter Parts damit. Aber dem dicken Müller und der Müllerin wollte es doch auch nicht so recht in den Kopf, wie das etwas nützen könne. Sie waren noch immer in größter Angst um den kleinen Glückspilz und die Müllerin ging selbst zum Doktor um zu fragen, ob sie denn nun noch wirklich ganz sicher wären. Sicher? sagte der alte Doktor. Sicher? Wenn das ganze Dorf von Pilzen wimmelt? Tja, hätten sie alle gewollt, was ich wollte und hätten sie alle desinfiziert, dann wären auch alle so ziemlich sicher gewesen, aber nun ist es keiner, wie leicht geht solch verfluchter Mikrokokos einem in die Lunge? Da wurde die Angst so, ob es denn kein anderes Mittel gäbe, sich vor dieser schrecklichen Krankheit zu schützen. Nur eins, sagte der alte Doktor, ein einziges noch, und das ist so schnell wie möglich den Ort zu verlassen, wo die Cholera ausgebrochen und sich einen Aufenthalt zu suchen, wohin sie noch nicht gekommen. Tausend Dank, sagte die bange Müllerin, und dann rannte sie wie besessen nach Hause. Und nachmittags spannte der Müller schon die Brauen vor, und der kleine Glückspilz wurde wieder zu seiner Tante gebracht, den Bauern hatte. Und dem Müller und der Müllerin war ein schwerer Stein vom Herzen. Die abscheulichen Pilze, wie furchtbar hausten sie in dem armen Dorfe. Nun kamen die Bauern alle und wollten desinfizieren, aber die Seuche war wieder einmal in vollem Gange, und der Unschuldige musste mit dem Schuldigen leiden. Blieb das neue Müllerhaus auch verschont, der Bauervogt musste bald daran glauben. Und bei Nachbar Johannsen war es entsetzlich. Er verlor alle seine Kinder, bis auf den blinden Johannes und das kleine Lenchen. Nun erst recht, Nachbar Johannsen war kein Glückspilz mehr, und nun sagten's doch auch die Bauern. Den letzten aber, welcher die Seuche hinweg raffte, war der alte Doktor. Treu in seine Berufe war er Nacht und Tag am Platze und immer darunter und dazwischen. Und unermüdet machte er außerdem noch täglich im Dorfe die Runde um, wie er sagte, die Desinfektion zu leiten. Aber mochte er auch Tausende der kleinen schrecklichen Feinde schon getötet haben, ein einziger war hinreichend, sie alle zu rächen. Und wo er sich hingeholt, der wer konnte es sagen, er wusste es selber nicht. Aber in ihm war und wütete er schon, als er sich spät abends nach des Tages Last und Mühen eben bei einer Mahlzeit Champignons stärken und er quicken wollte. Somit eine Male überkam ihn die Krankheit, dass ihm noch ein Champignon im Munde blieb. Kein Mittel wollte ihm helfen, er wusste, dass er verloren war und er gab sich standhaft in sein Schicksal. Als der Augenblick gekommen, ballte er krampfhaft die Hände und hob sich empor und röchelte die fluch fluch und dann sank er zurück und war tot. Es war der letzte Trumpf welchen die abscheulichen Pilze ausgespielt. Mit dem Tode des alten Doktors war die Kohlerai im Dorfe erloschen. Bald kam der Winter und als die Flocken wieder über die Wiesen wirbelten, war vom Generalstab der Pilze nichts mehr zu sehen. Und der kleine Glückspilz? Tja, den hatten sie doch nicht gekriegt. Die Fee unter den Lilien im Teich hatte die Wahrheit gesprochen und nun hat er Frieden. Und Nachbar Johanssens Lähnchen ist seine Frau geworden und ein Glückspilz ist er geblieben. Möchtet ihr es auch sein? Königin Ratte Eine Königin hatte zur Freundin eine Ratte, mit der sie in vertraulichem Umgang lebte. Gewiss war auch diese Ratte die edelste ihres Geschlechtes. Sie war zierlich gebaut, ihr Fell war glatt und als sie sprechen und denken konnte, so dachte sie immer edel und sprach immer gut. Fünf Jahre hatte diese Freundschaftsverbindung zwischen der Königin und der Ratte gedauert, als plötzlich ein widriger Umstand die Einheit der Gemüter in einen heftigen und ärgerlichen Zwiespalt wandelte. Die Ratte kam eines Abends von einem sehr langen einsamen Spaziergang nach Hause, äußerst erhitzt und mit Merkmalen überstandener großer Aufregung. Der Königin entging dieses nicht und sie fragte ihre Freundin auf das Zärtlichste über den Grund der Veränderung in ihrem Wesen. Die Ratte schwieg. Nach einiger Zeit offenbarten sich gewisse Anzeichen, die die Königin über den Zustand ihrer Freundin vollkommen ins Klare setzten. Eines Morgens, als die Ratte wie gewöhnlich kam, der Königin die Hand zu küssen, sagte diese, Ratte, auf ein Wort, können sie leugnen, dass sie sich in anderen Umständen befinden? Ich leugne es nicht, gnädige Frau, antwortete die Ratte mit niedergeschlagenen Augen und mit einem höchst sitzamen Ausdruck im Gesicht. Wie, rief die Königin, Ratte, habe ich recht gehört? Ratte, sie? Vergaßen sie also unsere Gespräche, die wir oft über Tugend und eine ideale Lebensauffassung führten? Ich habe sie nicht vergessen. Erwiderte die Ratte. Aus meinen Augen, Unverschämte, rief die Königin zornig. Ich kann mit einem Wesen, das sich tief erniedrigt hat, nicht länger unter einem Dache leben. Mit diesen Worten warf sie einen schweren silbernen Löffel nach ihrer ehemaligen Freundin und verwunderte diese fast tödlich. Die Ratte nahm alle ihre Kräfte zusammen und sagte mit funkelnden Augen und einem edlen Stolze zur Königin, Du selbst bist die Unverschämte, denn ohne Scham ergibst du dich einem niederen Zorn. Wer hat dich zu meiner Richterin bestellt? Wenn wenn ich fehlte, so fehlte ich aus Liebe und nur die Liebe darf mich richten. Diese letzten Worte sagte die Ratte mit einem so unnachahmlich schönen Ausdruck von gekränkter Weiblichkeit, dass die Königin auf einen Augenblick an dem leichtfertigen Charakter ihrer ehemaligen Freundin irre wurde. Allein ihr Abscheu kehrte sogleich wieder zurück sie hob einen zweiten silbernen Löffel auf. Halt ein schrie die Ratte unser Bund ist zerrissen ich verlasse dich auf immer du Weib ohne Schonung doch sollst du ohne Strafe nicht bleiben werde von dieser Stunde an das was ich bin und beharre auf dieser Gestalt bis ein Mann sich findet der deine Tochter in denselben Zustand versetzt den du eben an mir so arg gelästert hast Die Königin wurde jetzt zu ihrem großen Schrecken inne dass die Ratte eine mächtige Fee war und dass bei ihrem Zorn kein Entrinnen möglich Sie fühlte wie sie zusehends zusammenschrumpfte und ehe die Schokolade in ihrer Morgentasse kalt geworden hatte sie ihre schmachvolle Verwandlung beendet und sprang als langgeschwänzte Ratte vom Sofa Die Bedingung die Ratte gestellt hatte war deshalb so schwer zu erfüllen weil die Tochter der Königin eine Person von einer abschreckenden Hässlichkeit war Man konnte nicht leicht ein widerwärtigeres Geschöpf finden wenn man auch danach in Hütten und Palästen gesucht hätte Sie hatte nur ein Auge das andere war mit einem großen schwarzen Pflaster verklebt Dann hatte sie rotes struppiges Haar und von derselben Farbe auch einen kleinen Bart an Kinn und Oberlippe Dazu war sie klein schief und hatte ein lahmes Bein Bei alledem hätte sie doch noch einen Freier gefunden denn eine Prinzessin mit einer großen Mitgift würde schon einem armen Burschen der nichts als seine gefundenen Glieder hatte als ein sehr annehmbarer Preis in die Augen geleuchtet haben Allein die Königin die über alles maßstolz war wollte nur einen Prinzen zum Eidam und selbst unter den Prinzen wollte sie noch wählen da war es denn natürlich dass sich keiner fand Die Prinzessin hatte sich auch bereit erklärt unvermellt zu bleiben Die Umstände hatten sich jedoch jetzt geändert Die Königin wenn sie nicht als Ratte sterben wollte musste daran denken um jeden Preis ihre hässliche Tochter an den Mann zu bringen Sie ließ darum alle Prinzen der Nachbarschaft zu sich einladen und gab große Feste an denen die Oberhofmeisterin präsidierte dass sie selbst unmöglich als Ratte bei Tafel sitzen konnte Es hieß die Königin sei unwohl und liege in ihrer Kammer Die Prinzessin trug ein Schleier weil sie wie behauptet wurde das Licht nicht vertragen könne So ging alles ganz gut Die jungen Prinzen aßen und zechten und ließen sich's im Schlosse wohl sein Allein ans heiraten dachte keiner Ei wo werde ich ein solches Erbsenschneckchen in mein Haus führen sagte einer immer zum Anderen Ich bekäme Bauchgrimm wenn ich ihr einen Kuss anböte sagte der andere Es gibt der schönen Prinzessinnen noch genug bemerkte der dritte und der vierte und fünfte sagte etwas ähnliches Die Königin die unterm Tische saß hörte diese Äußerung und wollte vor Wut ersticken Endlich aber fand sich doch ein Prinz der Lust hatte die Prinzessin heimzuführen Er war aus weiter Fremde und musste von der schrecklichen Hässlichkeit der Dame nichts gewusst haben Die Königin veranstaltete schnell ein Hochzeitsfest und als dies beendet war und der Prinz mit seiner jungen Gemahlin sich allein in der Brautkammer befand war die Königin unter dem Bette gegenwärtig umso gleich wenn die Verwandlung vor sich gehen würde in ihrer wahren Gestalt hervorzutreten Der Prinz bevor seine Brautin die Arme schloss bat sie den Schleier abzunehmen Die Königin hörte diesen Wunsch und dachte sogleich bei sich wenn er sie in ihrer ganzen Hässlichkeit sieht so wird am Ende aus der ganzen Sache nichts ich will eilen die Lampe aus zu löschen im Dunkeln sind alle Katzen grau sie lief damit auf die Lampe zu die auf dem Tische vor dem Bette stand da sie jedoch nicht vermochte die Flamme selbst zu berühren so begnügte sie sich damit das Öl auszutrinken wo die Lampe von selbst verlöschen musste sie trank aus Leibes Kräften es wurde immer dunkler im Zimmer und der Prinz ging in seinem Angriff immer weiter da plötzlich wurde der am Ratte von dem vielen Öl übel und sie musste sich aufs kläglichste erbrechen kaum sah der Prinz die Ratte die gekrümmt auf dem Tische saß und sich erbrach als er in so unauslöschliches Gelächter verfiel dass er darüber die Prinzessin und alle Dinge um sich her vergaß die Prinzessin die da glaubte er lache darüber dass es immer dunkler wurde und dass man so schlechte Lampen in einer königlichen Haushaltung habe stand geschwind auf zündete Meerlichter an und sagte nun mein Prinz jetzt ist es hell genug damit ich ihre hässlichkeit sehe meine teure rief der Prinz verwundert ja dazu ist allerdings jetzt hell genug und damit wandte ihr den Rücken und ging fort die Königin aber blieb Ratte und zwar ihr Leben lang der geborgte Heiligenschein es war einst ein gar kurioser alter Heiliger der wohnte in einem hohlen Baum und lebte nur von Heuschrecken und wildem Honig er war so fromm dass er immer barfuß ging und nichts auf dem Leibe trug als ein halb zerfetzten hehrenen Mantel gleich wie einst Johannes der Täufer in der Wüste getragen sein einziger Besitz war ein großer wunderschöner Heiligenschein den hielt er auch über alles und pflegte ihn durch häufige Bußübungen und Enthaltsamkeit von aller Weltlust also dass er immer besser gedieh sein größtes Vergnügen war an schönen Sommertagen durch Wald und Feld damit spazieren zu gehen und ihn so recht lustig in der Sonne glänzen zu lassen kam er dann an ein Bächlein oder an eine Pfütze was so auf der Straße blinkte so blieb er auch gern einmal stehen und bespiegelte sich darin dabei war aber gar nicht hochmütig gegen andere Sterbliche sondern wenn der geringste vor Gott und Menschen an ihm vorüber ging und ihn ehrfürchtig grüßte so legte er immer freundlich danken die Hand an seinen Glorienschein denn ein Hut besaß er nicht und er wollte auch kein und weit und breit priß man seinen gottseligen Lebenswandel und die Demut wodurch er dieses köstliche Kleinod erworben hatte so erging er sich auch eines Tages in erbaulichen Betrachtungen auf der Landstraße als er von weitem Staub auffirbeln und einen Tross Söldner mit blinkenden Hellebaden heranmarschieren sah voraus ging Musikanten die bliesen einen gedämpften Marsch und darauf kamen einige Ratsherren mit langen Mänteln und würdevollen Gesichtern und diesen folgte von den Kriegsleuten umschlossen ganz mit Ketten beladen und mit niedergeschlagenen Augen ein armer Sünder der zum Richtplatz geführt wurde von der Stadt her läutete unablässig das arme Sünder Glöcklein und eine große Menge Neugieriger liefen hinter dem Zuge drein Als sie an dem Heiligen vorüber kamen warf sich der arme Sünder auf die Knie und bat ihn gar demütig und herzbewegend um seinen Segen auf den schweren Gang Die Kriegsleute blieben stehen und machten ehrfürchtig Platz Der Heilige aber trat auf den armen Sünder zu legte ihm beide Hände aufs Haupt und sagte Stehe auf mein Sohn Deine Sünden sind dir vergeben Ich nehme sie von dir im Namen dessen der da Kraft hat zu binden und zu lösen Ziehe hin in Frieden und gehe ein in die ewige Herrlichkeit Dabei machte er das Zeichen des Kreuzes über ihn und wollte sich entfernen Jener aber umklammerte seine Knie und sagte O heiliger Vater ich fühle mich Kraft eures Segens von allen Sünden reingewaschen und so unschuldig wie ein neugeborenes Kindlein Nun ihr aber solche Verwandlungen in mir bewirkt habt so flehe ich euch bei Gottes Barmherzigkeit an mir nunmehr auch vom Galgen zu helfen denn nimmermehr geschehe es dass schuldloses Blut vergossen und ein gerechter vom Henker überantwortet werde Da wurde der Heilige nachdenklich und sagte Was willst du dass ich für dich tun soll habe ich doch keine Macht über deine Schergen Entgegnete der Delinquentin flehendem Ton Fromm Vater wenn ihr mir nur auf ein halbes Stündchen euren Heiligenschein borgen wolltet so glaube ich dass mir doch noch könnte geholfen werden Da ließ sich der Heilige von ihm mit den äußersten Eiden geloben dass jemals bald nach wiedererlangter Freiheit sein kostbarer Kleinod zurückgeben solle und wollte der Heilige bis verkehr auf der Straße warten als dann sagte er wohl an du sollst ihn haben und geschehe dir wie du geglaubtet hast hierauf setzte sich der Zug in Bewegung als sie nun auf dem Richtplatz angekommen waren wo der Galgen aufgerichtet stand und auch viel Volk versammelt war da war zuerst nach aller Form rechtens das Urteil verlesen und ein Ratsherr zerbrach ein schwarzes Stäblein als dann griffen zwei Henkers Knechte den armen Sünder unter den Armen und waren ihm behilflich die Leiter zu besteigen als er hoch oben stand dass er weithin allem Volk sichtbar ward da erscholl plötzlich ein lauter tausendstimmiger Schrei aus der versammelten Menge die Henker ließen die Arme senken die Ratsherren zogen fürsichtig ihre Brille aus den Futeralen und setzten sie auf die Nasen um besser zu sehen und die Menge begaffte sprachlos vor Staun das Wunder welches hier geschehen war denn um das Haupt des Sünders schwebte in mildem aber weithin glänzendem Licht der prächtigste heiligen Schein den die Sonne beschehen hatte seit die zwölf Apostel heimgegangen waren einige Minuten lang blieb alles still dann erhob sich zuerst ein leises Murmeln unter dem versammelten Volk wie wenn ein säuselnder Wind hauch durch die Blätter streicht es schwoll aber lauter und lauter und war zum tobenden Orkan Gott hat ein Wunder getan schrien sie von allen Seiten auf duldet nicht dass das Blut des Gerechten vergossen werde herunter von der Leiter herunter mit dem Heiligen Mann schlag die Richter tot und führt ihn nach Hause Ja die vordersten stürmten die Sprossen hinan hoben den armen Sünder von der Leiter herab luden ihn auf ihre Schultern und trugen ihn während die anderen sich nachdrängten unter lautem Jubel den kürzesten Weg in die Stadt zurück Die Richter und Amts Personen aber so weit es ihnen nicht gelang sich durch die Flucht zu retten wurden von der empörten Volksmasse niedergeschlagen und die Soldaten die gegen die Überzahl nichts ausrichten konnten zogen sich eiligst in geschlossener Reihe zurück Sobald der König Kunde von dem Vorgefallenen erhielt schickte er ein ganzes Regiment Soldaten aus und ließ die Menge mit gefällten Hellebaden treiben und den vom Galgen befreiten vor sich hin bringen Lange betrachtete er mit Staun den schönen heiligen Schein Dann sagte er Ob schon du ein abgefeimter Erz Halunke gewesen bist So will ich da Gott sichtbarlich ein Mirakel an dir verbracht hat nicht auf deine Bestrafung dringen Ich bestätige dir also deine Begnadigung mit dem Bedingen dass du den schönen heiligen Schein der auf deinem ruchlosen Schädel ohne dies eine Gotteslästerung wäre mir überlässest Gott dankte der arme Sünder dem König für seine Gnade riss sich den Schein vom Kopf legte ihn mit untertätigster Miene dem König zu Füßen und machte sich eilig davon Da er sich aber nicht traute ohne den Schein dem Heiligen vor die Augen zu treten so verließ er in aller Stelle die Stadt und wurde nicht lange darauf über der Grenze festgenommen als er eben im Begriffe stand einem Geldwechsler durchs Fenster seine Aufwartung zu machen und wurde dennoch richtig die unterbrochene Vermählungsfeier mit Seilers Tochterlein noch nachträglich unter den üblichen Zeremonien doch an ihm vollzogen Noch ehe sich dies alles begab hatte sich im Lande ein erbitterter Streit entsponnen die Räte des Königs hielten es nämlich für schicklich seinem unlängst verglichenen Lieblingshunde ein großartiges Mausoleum zu errichten und wollten zu diesem Zwecke dem Lande eine neue Steuer auflegen da aber bereits alles was ging flog oder koch seine Abgaben bezahlte auch alle Besitztümer Gewerbe Lebensmittel und Luxus Gegenstände mit Einschluss von Frauen und Kindern nach Gebühr versteuert waren so sahen sich jene Herren von der Regierung in einiger Verlegenheit bis ein kluger Kopf den Vorschlag machte dass jeder nach Maßstab seiner Größe für so viel Luft als er mit seinem Körper verdränge jährliche Taxe zahlen solle und Darüber murrte das Volk und die längsten schrien am lautesten Es war aber unter den Volksvertretern eine Partei die sich die liberale Opposition nannte und ihre Nase in alles steckte Diese machte dem guten König und seinen Räten schon lange das Leben sauer und schlug auch jetzt richtig wieder Lärm gegen die Luftsteuer Das Volk versammelte sich vor dem Palaste und drohte die Fenster einzuwerfen wenn nicht der König selbst herauskomme und verspreche nachzugeben Da warf der König seinen Purpurmantel um setzte die Krone auf stülpte den Heiligenschein darüber und zeigte sich so seinem Volk Bei diesem Anblick sahen sich die Leute betroffen an und sanken dann alle wie auf einen Schlag auf die Knie Nun kamen auch die Priester und redeten ihnen ins Gewissen wie sie hätten auf die Schreie hören und einen so guten König durch offenen Ungehorsam kränken können Daher grimmte das Volk gegen seine Rädelsführer Es zog die Liberalen hervor und steinigte sie Die Luftsteuer wurde nun genehmigt und unter lautem Jubel des Volkes ein prachtvolles Mausoleum sowie ein Standbild zu Ehren des Verblichenen votiert Und von da an wurde auch das Einvernehmen zwischen dem guten König und seinen Landeskindern nicht mehr gestört So oft er sich mit seinem Heiligenschein zeigte fiel das Volk auf die Knie und pries Gott dass er ihnen einen Heiligen zum König gegeben hätte Der Monarch aber legte seinen Heiligenschein nicht mehr ab sondern behielt ihn damit er ihm nicht entwendet würde Er behielt ihn sogar nachts im Bette auf wobei ihm zugleich als er nachtlich diente So lag er auch nun einmal im Bett und konnte lange nicht einschlafen weil ihn ein ärgerlicher Gedanke beunruhigte Er hatte nämlich in früherer Zeit als noch die liberale Opposition ihr Wesen trieb gegen sein Willen und bessere Einsicht ein Gesetz durchgehen lassen müssen wo nach jedem seiner Untertanen verstattet sein sollte sich nach Belieben die Nägel wachsen zu lassen was bisher ein ausschließlich Vorrecht des Hofes und des höchsten Adels gewesen war sich hieß verdross den König sehr und da ihm der Gedanke gar keine Ruhe ließ stand er auf warf einen Schlafrock über nahm ein Federmesser zur Hand und ging von seinem Schein geleitet ganz leise hinüber in das Staatsarchiv dort radierte er in dem Gesetzbuch die betreffende Stelle aus und legte sich danach wieder beruhigt schlafen aber oh Schreck als er morgen aufstand und sich ankleiden wollte um eine große Audienz zu geben da fand sich's dass der Heiligenschein an mehreren Stellen ganz trübe geworden war der König ward in der größten Verlegenheit mit einem angedunkelten Heiligenschein konnte er sich seinem Hof und Volk doch nicht zeigen das wäre nicht nur gegen alle Etikette gewesen sondern hätte auch seiner Popularität geschadet Er rief daher den Kammerdiener der sich lange abmühte mit Putzpulver den Fleck zu entfernen als aber alle Mühe nutzlos blieb brachte er den Schein heimlich zum Goldschmied und trug ihm im Namen des Königs auf bei Strafe seines Lebens binnen zwei Stunden den früheren Glanz wieder herzustellen der Goldschmied versuchte nun sein äußerstes aber kein Mittel seiner Kunst schlug an und da schleppte er Zangen Blasebälge und allerlei Handwerkszeug herbei und verfertigte bei geschlossenen Türen einen neuen Heiligenschein aus feinstem Gold und dieser war dem ersten täuschend nachgebildet Der Goldschmied war ein großer Meister seiner Kunst und als das Werk vollendet war hätte der Heilige selbst nicht mehr auf den ersten Blick unterscheiden können welches der echte sei dann trug er sein Meisterstück in den Palast wo er noch gerade rechtzeitig vor Eröffnung der großen Audienz zum König kam dieser bezahlte ihn aufs freigebigste setzte sich dann eigenhändig den falschen Heiligenschein aufs Haupt über die Krone und Schritt zur Versammlung Niemand merkte etwas von dem Tausch die Untertanen empfingen ihn wie gewöhnlich mit Jubel und hatten auch keinen Arg dabei als später die Gesetzesboten kamen und dem ganzen Volk die Nägel schnitten Der König regierte mit dem falschen Heiligenschein in Frieden weiter und sein Volk das war glücklich Der Goldschmied aber der immer noch vor einer Entdeckung zitterte entwich heimlich mit seinem vielen Gelde und führte den echten Heiligenschein im Fell Eisen mit sich Mittlerweile hatte der rechtmäßige Besitzer viele Wochen lang Tag für Tag auf der Landstraße gewartet dass der arme Sünder kommen und ihm sein Eigentum zurück erstoppen solle Als alles Warten erfolglos blieb konnte er schließlich nicht anders glauben als der Delinquenz sei trotz seines Scheines gehängt worden und habe denselben als Freikarte in den Himmel benutzt Da ging er sehr betrübt von dann stellte auch keine weiteren Nachforschungen an sondern kehrte wieder in die Wildnis und in seinen hohlen Baum zurück Es blieb ihm keine Hoffnung mehr als durch noch größere Frömmigkeit und verdoppelte Bußübungen sich einen neuen Schein zu erwerben und denselben allmählich wieder zu der Größe und dem Glanze des Ersten heranzupflegen Hatte er vorher schon streng gefastet so aß er jetzt fast gar nichts mehr und statt des harten Bodens auf dem er sonst zu schlafen pflegte hielt er jetzt auf spitzen kieseln kieseln und brennesseln die er zu diesem zweck gesammelte seine nachtruhe jeden morgen ging er an den bach nicht um sich zu waschen denn dadurch hätte er das junge wachstum zerstört sondern um sich in seinem spiegel zu überzeugen ob der neue trieb noch nicht zu sprossen beginne aber ach noch ehe die jungen schößlinge sich zeigten hatten Hunger und entkräftung ihr werk vollendet der arme heilige war seinen übungen erlegen zaghaft und niedergeschlagen erschien er vor der türe des paradieses denn er wusste nicht wie er sich vor dem höchsten richter wegen des abhandengekommenen heiligenscheines verantworten sollte er erzählte dem pförtner den ganzen handel soweit er ihm selbst bekannt war und er bat ihn um Rat dieser zog die stirne kraus und fand die sache bedenklich umso mehr als man höheren ortes gegenwärtig gar nicht so gut gelaunt sei wegen des vielen kriegs und haders auf der er versicherte auch keinen armen sünder gesehen zu haben der mit einem heiligen schein einlass begehrte riet daher dem heiligen lieber bei ihm im torwart häuschen zu bleiben und ihm seines amtes warten zu helfen bis dass sich der man so den heiligen schein unterschlagen mit dem selben an der himmelstür einstellen würde und als dann wolle er dem heiligen schon zu seinem recht verhelfen dessen war der andere zufrieden er hielt sich ganz still in des heiligen petrus behausung und nahm mit ihm des pförtnamtes ab und sie hatten beide Feiertage denn es gab dazu mal viel Krieg und Mord auf der Erde und obwohl der Tod reiche Ernte hielt so waren doch nicht viele die den Weg herauf fanden so verstrichen Tage und Jahre und immer noch saß der arme heilige in des petrus turmstübchen und verzweifelte allgemach in seinem Herzen ob es ihm je vergönnt wäre in die ewige Herrlichkeit einzugehen da wurde eines Tages gar heftig und ungestüm an der Klingel gerissen und als Petrus und sein Gehilfe den Kopf zum Fenster hinaus streckten da stand unten eine Haufe Hofbediente die in großer Eile zu sein schienen und hatten jeder einen roten Streifen um den Hals auch wackelten ihnen die Köpfe gar verdächtig zwischen den Schultern gleich als wären sie nimmermehr angewachsen sondern nur in Eile aufgesetzt diese erklärten auf befragen sie seien die abgesandten eines reichen und mächtigen Königs und von ihrem Gebete vorausgesandt um seine Ankunft zu melden und eine reservierte Loge für ihn im Himmel zu verlangen Petrus ließ jedem von ihnen Gläschen Wein zur Stärkung reichen und hieß sie dann warten bis ihr Herr käme diese erschien dann auch in Bälde umgeben von den obersten seiner Leibwache welche alle ihr leben lassen mussten um dem König ein stattliches Geleite bis vor das Tor des Himmels zu bilden er selbst trug statt der Krone die er seinem Nachfolger zurückgelassen hatte einen glänzenden Heiligen Schein auf die verneigte während sein Gefährte mit dem Ruf Diebe Diebe auf den König zustürzte und ihm den Schein vom Kopf riss es entspannt sich nun ein erbitterter Kampf in den sich eben auch die Trabanten des Königs mischen wollten als Petrus dazwischen trat und Ruhe gebot er nahm hierauf den Gegenstand des Streites den unser Heiliger für sein ihm gestohlenes Eigentum erkennen wollte an sich und gebot beiden Ruhe zu halten da sich die Sache ja doch bald entscheiden müsse er erklärte ihnen nun dass jeder ins Paradies einlaufender Heiligenschein einer Kommission von Sachverständigen vorgelegt werde die zuvörderst seine Echtheit beglaubigen müsse wonach dann erst die Annahme erfolge hierauf begab sich Petrus mit dem Schein in das Paradies während die beiden Prätendenten klopfenden Herzes auf den Urteilsspruch warteten es dauerte nicht lange so kam Petrus zurück und brachte die Nachricht dass die hohe Heiligenschein Prüfungskommission die Ansprüche beide abgelehnt habe da der Schein wie wir bereits wissen überhaupt nicht echt gewesen und bei der Untersuchung bis auf den letzten Strahl zerschmolzen sei der König zog gröllend ab und begab sich vor das größte Höllenportal wo er übrigens gleichfalls abgewiesen wurde da zur Zeit kein seinem Rang gebührender Platz frei war dagegen wurde er im Fegefeuer wohin ihm der arme Sünder vorangegangen war standesgemäß untergebracht was aber war inzwischen aus dem echten Heiligenschein geworden der Goldschmied hatte sich nach manchem Irrsal auf seiner Flucht endlich nach Paris gewendet wo er bald einer lustigen Gesellschaft in die Hände fiel die sich und ihm mit seinem Geld gut Tage machte auch schöne Mädchen fanden sich ein es wurde gezächt und jubiliert und immer wenn die Wogen der Freude am höchsten gingen holte er seinen Heiligenschein hervor und setzte ihn unter allgemeinem Beifalls geschrei aufs Haupte so geschmückt durchtobte er die Nächte und wenn er am feuchten nebelgrauen Morgen den Heimweg suchte so leuchtete ihm noch sein Heiligenschein den Weg nach Hause aber lange konnte er es nicht so treiben sein Geld ging zur Neige ihn selbst ergriff eine schwere Krankheit da lag er im Spital und begehrte dringend zu beichten ein frommer Pater willfahrte seinem Wunsch und nahm seine reumütigen Bekenntnisse entgegen nicht nur über seinen schlechten bisher geführten Lebenswandel sondern auch über die unrechtmäßige Erwerbung des Heiligenscheins über diese Missetat entsetzte sich der Pater sehr wollte auch die Sünde nicht eher vergeben als bis der Kranke sich bußfertig des gestohlenen Gegenstandes entäußert hätte den er selbst in Verwahrung zu nehmen versprach dann empfahl er ihm noch strenge Verschwiegenheit und erteilte ihm endlich die Absolution was aus dem Goldschmied weiter auf Erden geworden wissen wir nicht zu sagen der Heiligenschein aber wanderte in die Hände des Geistlichen der Pater gebrauchte ihn um sich als Beichtvater im Haus seiner seiner vornehmen Dame einzuführen die von ihrem eifersüchtigen Gatten in strenger Aufsicht gehalten wurde der Heiligenschein aber entwaffnete jeden Argwohn und brachte die Dame in den Ruf der größten Frömmigkeit Später Ach Leider trieb der Baron großen Aufwand und hatte viele Schulden die er nicht zu bezahlen gedachte Seine Gläubiger aber dachten anders und als er ihren gerechten Wünschen kein Gehör schenkte da erschien sie mit den Dienern des Gesetzes seine Güter kamen unter den Hammer und all sein Besitz soweit ihm nicht durch gesetzliche Bestimmungen gesichert war fiel in die Hände der Wucherer Ein Kaufmann aber der ein spekulativer Kopf war erklärte gegen Abtretung des Heiligenscheins auf Bezahlung zu verzichten Der Baron nahm sich den Verlust seiner Habe nicht weiter zu Herzen lachenden Mundes sah auch noch den Heiligenschein in die Hände des Sohnes Isaaks übergehen Er verschleuderte was ihm noch geblieben war und wurde bald darauf im Duell erschossen Der Kaufmann aber gründete ein Bankgeschäft unter der Firma Heiligenschein und Sie dessen Kredit auf einen solchen Namen gestützt schnell ins Unabsehbare wuchs Alle Spekulationen glückten und in Bälde war der Ruf der Firma so fest gegründet dass der Besitzer nicht mehr des Heiligenscheins bedurfte Er nahm ihn daher vom Kopf und legte ihn beiseite um ihn für etwaige kritische Fälle zu schonen Daran tat er auch sehr wohl denn der Heiligenschein der schon bei seinem letzten Besitzer stark angedunkelt aber doch immer noch von einzelnen lichten Strahlen durchschossen war hatte sich in den Händen des Kaufmannes in kurzem vollends so getrübt dass er kaum mehr erkenntlich war die Firma florierte der Bankier aber der sich ein städtliches Bäuchlein angemistet hatte zog sich eines Tages eine Indigestion zu an deren Folgen er starb auf sein Geheiß mussten ihm die seinigen den inzwischen ganz schwarz gewordenen Heiligenschein anlegen und mit diesem versehen begab er sich geradeaus vor die Pforte des Paradieses Gott meiner Väter rief Petrus als er seiner ansichtig ward und klatschte vor Freunden in die Hände Gott meiner Väter wie hat sich unsere Familie so reinerhalten seid willkommen und zeig mir deinen Erlaubnisschein denn du weißt dass ohne diesen keiner von unserem Geschlechter hereinkommt da wies der Kaufmann stolz auf seinen Heiligenschein und Petrus setzte seine Brille auf mit deren Hilfe es ihm auch gelang einen dunklen Reif auf dem Kopf des Kaufmanns zu entdecken da aber seit dem letzten Vorfall gegen Heiligenschein misstrauisch geworden war sagte er ist er denn auch echt er sieht nicht aus als ob er auf deinem Kopf gewachsen wäre wie heißt echt schrie zornig der Kaufmann kostet er nicht 20.000 Kalin habe ich ihn nicht an Zahlungsstatt von dem jungen Baron genommen da nahm Petrus den Schein und trug ihn eigenhändig zur Prüfungskommission als er zurückkam sagte er oh Landsmann deine Aktien stehen schlecht der Schein hat sich zwar als echt erwiesen aber die Kommission erklärt er sei nicht nur durch viele Sünden ganz geschwärzt sondern überdies für deinen Kopf viel zu eng ich rate dir dich ganz in der Stille davon zu machen und zu sehen ob du anderwärts unterkommst das ließ sich der Kaufmann nicht zweimal sagen und noch ehe Petrus ausgesprochen hatte war schon verduftet jetzt wurde aber unser Heiliger mit großer Eile vor Gottes Thron gerufen denn die Heiligen Schein Prüfungskommission hatte inzwischen herausgebracht auf wessen Kopf der fragliche Schein gewachsen sei und hatte allerhöchsten Orte seinen Bericht darüber vorgelegt er kam warf sich auf die Knie und bekannte aufrichtig auf welche Weise um sein Besitztum gebracht worden sei da sprach der Herr mit ernstem Gesicht du hast Unrecht getan mein Sohn dich der Gabe zu entäußern die ich dir verliehen mit diesem geschwärzten Schein kannst du hier oben nicht bleiben so gehe hin und böse bis dein Schein im Feuer der Läuterung seinen alten Glanz wieder erhalten hat da zog unser heiliger Betrüb von dann und nachdem er von Petrus Abschied genommen begab er sich vor das Tor des Fegefeuers Nun ist nun ist aber das Fegefeuer keines Weges wie Dante meinte ein Berg mit stufenweisen Kreisen sondern ein durchbrochener unterirdisch geheizter Rost durch dessen Öffnungen der Dampf zieht und seine Wirkung ist die eines russischen Dampfbades ähnlich durch den starken Schweiß werden zuerst alle schlechten Elemente ausgeschieden dann wird durch gesteigerte Heizung der Sünder der zuerst ganz schwarz gewesen allmählich zum Rot und schließlich zum Weißglühen gebracht was die letzte Stufe der Läuterung bedeutet Als sich die Pforte hinter unserem Heiligen geschlossen hatte und er in dem starken Dampf allmählich zu unterscheiden begann da fand er inmitten einer großen Gesellschaft einen alten Bekannten nämlich den armen Sünder durch den um seinen Heiligenschein gekommen war dieser begrüßte ihn hoch erfreut und stellte ihn seinen Schicksals Gefährten vor denn hier hatten sich alle die an dem Handel mit dem Heiligenschein beteiligt waren zusammengefunden der Dieb der König der Goldschmied der Pfaffe die Dame der Baron der Bankier und jetzt der Heilige selbst sie waren alle ziemlich guten Humors nur der Kaufmann jammerte sehr weil ihm bei seiner fetten Konstitution das viele schwitzen sehr beschwerlich fiel auf um um ein wenig im Fegefeuer umzusehen es waren da zur Bedienung einige allerliebste Teufelinnen in roten Röckchen mit gelben Bernsteinketten um den Hals und diese gehörten nicht zu der schlimmen Sorte sie waren vielmehr Mischblut daher auch nicht ganz schwarz sondern nur von bräunlicher Hautfarbe auf eine von ihnen hatte der Baron ein Auge was von ihr gar nicht unfreundlich aufgenommen wurde und aus Gefälligkeit oder vielleicht mit der Nebenabsicht ihren Verehrer dadurch länger zurückzuhalten schülte sie ihm sein Feuer so gelinde dass er nur wenig von der Hitze empfand während die anderen schon aus allen Poren schwitzten der Heilige dessen Schein schon nach wenigen Jahrhunderten so durchglüht war dass er wieder zu leuchten begann wunderte sich sehr dass sein neuer Freund der Baron so schwarz blieb er forschte der Sache nach und kam auch bald auf den Grund darüber war die Dame sehr erbost und machte nun doch er in starken Schweiß geriet und seine Läuterung Fortschritte zu machen begann der Schein des Heiligen der schon lange dunkelrot geworden trat jetzt allmählich in das Stadium des Weißglühens über und als das erste Jahrtausend verflossen war erschien der Engel des Herrn um den Geläuterten in die ewige Seligkeit abzuholen da sah sich der Heilige um denn er gedachte von seinen Gefährten einen gerührten Abschied zu nehmen wie erstaunte er aber als er an der Stelle seiner schwarzen Freunde sieben weiß durchglühte Lichtgestalten erblickte die sich gegenseitig mit freudigem Erstaunen betrachteten sogar der fette Bauch des Kaufmanns und die rote Nase des Pfaffen die sonst die dunkelsten Punkte gewesen strahlten jetzt in weißlichem Licht da streckte der Engel die Hand nach ihnen aus und sagte geht mit ein zur ewigen Herrlichkeit denn dieser Gerechte hat für euch gebüßt bei diesen Worten sprang die Tore des Fegefeuers auf und sie wallten Arm in Arm miteinander hinüber in die Gefilde der Seligen wobei ihn der geläuterte Heiligenschein voranzog und alle mit seinen Strahlen übergoss jeder fand nun im Himmel eine passende Unterkunft der Goldschmied trat der Heiligenschein Prüfungskommission als Sachverständiger bei der Baron ward Anstandslehre in eine Erziehungsanstalt für junge Engel der Kaufmann setzte sich in Abrahams Schoß die anderen sang im Chor und unser Heiliger erhielt seinen wohlverdienten Platz zur Rechten des Thrones Das war die Geschichte vom geborgten Heiligenschein Wenn sie dir gefallen hat lass mir gerne ein Abo einen Kommentar oder einen Daumen hoch da um meinen Kanal zu unterstützen Wenn du magst hören wir uns bald wieder Aber jetzt Schlaf gut schlaf 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 schlaf